gott dann wollen wir mal ja live strange 2 ist doch immer wieder ein fest oder nicht freut ihr euch nicht auch immer so unfassbar auf dieses spiel ich gar nicht ich muss es so ich habe so gar keinen bock ne also stream schon aber nicht auf dieses spiel hilfe mit einer genau da wo die zahl steht ist gerade der rote strich von meiner cam drüber also dieses dieser skalierung strich den jetzt wo wir es neuerdings irgendwie hat den konnte ich nicht sehen hallo erstmal so man hört mich naja schön der controller eigentlich aufgeladen erstmal gucken hat er geladen naja geht so vier stunden monster fahren und nicht alles geschafft der ms an naja gut ist halt man höre ich leider ja ich würde auch jetzt weg gehen ja ich werde jetzt auch vier stunden lang monster ertragen nämlich diese beiden kacken typen da und gar keinen spaß haben der hate ist stark ich weiß auch nicht warum irgendwie habe ich echt keine lust auf das spiel ich hätte es echt nicht anfangen soll egal wir ziehen das durch ich ist ja es wird ja nicht frustrieren oder so gar keinen bock auf gegrindet danke dass du das für mich machst moment was ok ja so da habe ich veröffentlicht die aufnahmen angefangen können wir einfach anfangen geil ist auch offen der durchspiel guide also der trophäen guide so heißt es aber wir sind im weg war der war saftig okay drück jetzt fortfahren ich schleppe dich und weil wir sehen sind die beans geiler bohnen eintopf so ich habe jetzt übrigens mal richtig was gegönnt heute wolfweg eistee ich weiß es ist echter eistee ist da zucker drin des todes oder ist es einfach t zucker okay egal nein das ist jetzt noch diese dummere die gesamte wolfs metaphorik ist so scheiße der boy redet immer so weinerlich so ich hab eigentlich wieder hochgedreht den sound das sei nicht so sein wie letztes mal äh so so Big Brother discovered that the little one was not an ordinary wolf but a super wolf that's all they found themselves even further headed to the far away land of their papa where they hope to find peace that's why it's for the speicherdatee from blablabla completely closed hey cool that's nice yeah it's coming in the episode I'm not sure if it's in this episode but yeah so wie viel Zeit ist vergangen wann ging's los Ende Oktober ne also einen Monat sind die schon unerwägens ist so dumm alles ich mag diese Geschichte einfach nicht oh der Hund verreckt nachher ne der eine ist in der Geschichte der es nicht verdient hat oh ich hab gespoilert ah ja live ist Range hat Konga ein Live ist ja nicht zwei gespielt? doch schon oder? hat übrigens früher mitgenommen mitgenommen klickt so geklaut mäßig ne als ich nochmal bei der Post war und endlich meinen ebay Artikel losgeschickt habe hey ist das nicht toll ach so ich mag die Geschichte übrigens nicht weil wir Mexikaner spielen das ist ganz wichtig ich möchte nochmal anmerken ich versuche etwas anderes zu machen nicht zu schwer aber ich bin ein bisschen zu schwer trüffel 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 magic mushroom okay jetzt vielleicht ein bisschen ne das hat der Hund nicht verdient ich glaube nichts anderes hier der Stein ist weit weg schießanlage hä was denn für eine schießanlage schießanlage ja komm wie geht es mit den Kanten? kann man sie zusammen fliegen ohne zu verbrechen? sicher ja ich wünschte das ist großartig Mann du wirst viel besser an das ok wir zeigen Daniel etwas mehr zu spielen bevor wir es ein Tag nennen das Spiel will unbedingt dass ich diesen scheiß Hund anhebe ne ja bitte was soll niemals vergessen ja oh ich bin so nah ich kann es wirklich fühlen ich fühle mich wirklich fühlen ok dann wäre es erstmal mit dem Kackstein hier boah der sieht größer aus ja dieser ich kann es mit den kleinen Rots aber nicht mit den großen Rots du kannst das tun vertraue mich einfach relax direkt ins kalte Wasser werben focus hoffentlich macht sehr an das ist wirklich wortwörtlich gegen den kalte Wasser schmeißen ach ja ich freue mich auf die Trophäen die ich heute bekomme es wird meine Arbeit gewesen belohnt mein Durchhaltevermögen mein Durchhaltevermögen mein Durchhaltevermögen wow holy shit I did it haha like a boss like a boss you see that mushroom that was the biggest rock ever come on dude that's just the start let's try something else cool you're like coach Aaron you're my power coach a snowball fight not yet this is a new exercise young apprentice see if you can stop this in the air cool cool okay but you better not hit me right that time you gave me a bruise serious you won't let me right try it ich werfe den mir so fett ins Gesicht diese Scheiße ne ha John you suck I said don't hit me jerk sorry I thought you would stop it seriously oh du bastard der ich hatte nie aww that sucked how about one more ready yes look look what I can do Sean was halt auch so eine interessante Entscheidung ist bei dem Spiel ich meine es realisiere ich jetzt erstmal wieder so richtig hey kann ich sterben lassen? Moment wir machen hier doch den Racism Run hm ich bin gut ich bin gut nur ein bisschen ein bisschen well du musst jetzt resten ich bin gut ich bin gut ich Leon Frise ist die einzige Person die ich mache alle anderen raus aus meinem Gesicht solche sagen was dafür wichtig ist ja ja was ich halt irgendwie auch so eine interessante entscheidung für den im spiel ich weiß gar nicht dass man jemals angesprochen hat was haben das viele schon angesprochen was haben sie sich dabei gedacht wieder eine person mit kräften zu etablieren die man überhaupt gar nicht spielt ich meine es ist ja bei live change 1 so ein punkt dass du halt dadurch die zeit zurückdrehen kann wie gesagt dass man die zeit hier nicht zurückdrehen kann das ist mir egal aber ich will auch irgendwie coole eine coole fähigkeit haben also keine ahnung das macht teil 1 und auch die schulker ist halt durchaus besser die ist einfach nur dieses hässliche kackchen was was kann und ich bin aber nur so ein notgeiler teenager gar kein bock okay warte mal ich muss gerade mal gucken when following the trail back to where sean danny are staying you can see a snowman outside berns moment to the right there is a big tree okay das kommt glaube ich schon das nächste kommt dann auch erst ganz spät okay hier noch mal was hier die idee ich gut irgendwie halt für so ein story game was genau meinst du wir spielen ja zwei mexikaner wir machen eigentlich den den das ist ja nicht so gut was ich sagen wollte ich bin ja wir sind mexikaner deswegen machen wir jetzt den racism revenge revenge run also wir rechnen uns an einen anderen die nicht mexikaner sind okay und ja auch und ist kein mexikaner man dann haben bleibt nicht in europa sterben lassen geht das gar keine ahnung man man ich glaube ich scheiße ich mache einfach irgendwas keine ahnung bis rebe muss das müde evda nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr einfach nur auf florida und kommen hier zehn Jahren vielleicht manchmal Pickel wird es im ich mag es hier es leicht cooler als die grabe die die ich sind jetzt kriminelle im grunsten was drei spielen bedeutet ich habe jetzt stoppt ihn da jetzt rein so kopfüber Warte, wir machen einfach so einen... So einen Run, wo ich so quasi immer mal gut und dann wieder schlecht bin. Das ist wie, wenn man den Mass Effect spielst und immer oben, unten, oben, unten auswählst. Daniels, komm, da kommt eine weirde Scheiße bei rum. Nein, wir werden erstmal die Tofäe holen. Irgendwo hier, warte mal, was ist denn da? Ist ein Baum? Wahrscheinlich der. Ja, irgendwas mit Metalbox stand da, okay. 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 Hey, was ist das? Das sieht aus wie eine Box oder was. Hoch und da, ne? Danke für die Trophäe, Daniel. Danke, Daniel. Danke, Daniel. Hm. Let's check this out. Yeah, what's inside? Let's see. Uh, cardboard caps. Badges. Is that a power bear? But he's wearing a different costume. Maybe an old design? Awesome. Can we keep it? Sure. That's pretty old school cool. Ich lebe mal 1000 Tode einfach. Gerade rechtzeitig. Warum auch immer Zeit, aber gut. Äh, ja, danke, Pling. Ich bin gespannt, wie lange die Episode heute geht. Ich werde wieder nichts untersuchen, außer das, was ich muss. Tonight. Und das hier. Wir haben wirklich es mit seinem zwei-Höten-Snow-Ogre geschlossen. Ja, sie sind wirklich krass. Und warum haben sie noch einen Freund von ihnen gehört? Hm. Also auch mal. Okay. Gartenstuhl. Wobei, ich muss ja auch noch eine Zeichnung anfangen, ne? Ganz wichtig. Vielleicht kann ich jetzt sogar auf der Couch direkt. Es gibt natürlich auch noch eine... Oh, wer? Einfach Gerill hier, Mashallah. Daniel's getting cold. Let's get inside and warm up. Erstmal kann ich hier zeichnen. Hm, nö. Nur mich entschillen. Fedj. Fedj. Das ist auch der Eistee, oder? Mit Schwarztee-Extrakt. 100% recycelt. Ohne konservierende Zucker. Zucker reduziert. Aha. Natürlich ist mit der Reihwasser durch sechs Schichten Vulkangestein gefiltert. Ich will ihn auch genießen, deswegen nehme ich sehr kleine Schlucke. Boah, du lachst mir zu viel, halt zum Auge. Ich kann es nicht skippen. Doch. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde es witzig so ein bisschen so, oh, weiß ich nicht, den Hass of the das Spiel zu haben. Es ist ja kein furchtbares Spiel, oder so. Es ist halt einfach, es sackt halt einfach ab gegenüber den anderen Life's Strange Spielen. Ich mag, aber ich charaktere nicht, die beiden. Die sind mir so egal. Die könnten jetzt für eine Sekunde umkippen, und das wäre mir so egal. Ach, ja. Aber ich weiß, dass sie es nicht tun, und das macht es noch schlimmer. Wir mach schnell schlucken. Klecker dabei. Ganz ruhig. Oh, kalt. Don't worry. We'll make a fire. Ja. We're pros now. Dude. We're not at all. The cup doesn't sound too good. Oh, I'm okay. Just kalt. You kicked ass today. Level up. We're not at all. Das war so cool. Es wird immer leichter jeden Tag. Oh, nein, Sean. Das ist eine Haunted Haus. Es ist eher so, uh-oh, es ist Zeit, um die Regeln zu überprüfen. Ich habe dir gesagt, um zu zeigen. Ich war einfach... Whatever. Dude, ich weiß die Regeln. Wir wissen. Was ist der erste? Das ist der erste. Schrauben deine Kraft. Wir sprechen nicht über die Super-Präuer. Hast du nur eine Pferde in einer Diner? Was passiert? Die Leute schreie. Und wenn die Leute schreie, was machen sie? Sie schreien die Toppen. Genau. Die zweite Regeln ist... Du, uh... Du sie nicht über das. Wow. Du sie nicht über das bei Klopp. Weil das ist meistens die größte Regeln für dich. Und die finalen Regeln? Ich weiß... Komm, ähm, wir können es tun. Okay, ähm... Geh von der Gefahr? Das ist das wichtigste Stück. Ich weiß, warum? Ähm... Ich weiß nicht. Ich meine... Mit meiner Macht, ich kann uns helfen. Ich habe mir selbst eine gemacht. Ich habe hier aufgepasst, was überhaupt... Das ist mein letzte Resort. Das ist mein letzter Resort. Hätte, hätte, Fahrradkette. Daniel, wieso kann ich ihm nicht die Schuld geben? Was ist das denn? Das Scheiße... war aus Ihren Kontrollen. Aber... Guck mal kurz, wo man eigentlich die Möglichkeit hat zu zeichnen. wieso? Was ist das? Was ist das? Wieso? Was ist das? Also... Sie muss gut sein. Was für dich? Ich bin immer gut. Dann werden wir auswählen. Ich werde uns ein Essen machen. Ja, bevor sie uns beitzt. Ich werde noch etwas einbauen. Ah, 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 ah. Ah, muss ich noch? Ich muss live strange 2 spielen. Und ich denke mir so, hm. Hm. Mit sowas verschwinde ich dann meine Zeit. Zigaretten. Oh, moin Leute. Es gab ein wenig mehr, als wir kamen. ziemlich schrecklich, aber... hilft, warm zu bleiben. Da packt irgendwas rum. Welche sadistische Dinge, die du heute in mindern hast? Ja, ich kann den Pimmel benutzen. Einfach so. War da ein Pimmel an der Wand? Bist du auf dem Pimmel gerade? Ja, ich sehe bei Pimmel, wo ich will. HQ, I'm flying over the city. No danger in sight. Na. Gut zu Pimmel. Ich ruf mich an, der Thrawnist. Ich geh mal dran, warte mal. Jo, hi. Ach, ja. Da vorne ist die alte Penispumpe. Ja, ja gut. Schön, dass das, äh, actually funktioniert. Scheinbar. Oh, shit. Wo habe ich meine Lichter? Zu verregelt, okay. Das kann kein Zufall sein. Zug zu Pimmel. Ja, das, äh, das habe ich gerade so einen leichten Wirtnampfleisch weg. Weil das ist mir damals auch schon, das ist öfters passiert. Das habe ich auch gesagt habe. Ähm, Dennis. Während der Bahnfahrten spielst du das Spiel nicht mehr. Weil irgendwann ruft irgendjemand die Polizei, weil ich mir eine PSP anschreie. Und den wissen was, Phase. PSP-Spiel. Ich bin aber überlegen, mir irgendwann mal PSP zu holen. PSP-Sammlung, let's go. Sit. Ein PS Vita. Kann man PSP-Spiel nochmal wieder spielen? Nee, ne. Seriously, Frau? Sit. Muschrome. Sit, Frau. Wie heißen die Dinger noch? 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 Pushen Disks. Ich erinnere mich, Traitor. Chronicles 2 auf der PS4 spielen. Echt? Achso, wegen PS3-Downgrade-Ding, ne? Die gibt's da tatsächlich in dem Set. Also, in dem Ding. Das ist interessant. Ich wundere mich, wie weit ich kann. Hey, Shroom. Bist du zufrieden? Das war eigentlich ganz beruhigend zu wissen, dass wir im Notfall halt immer noch den Hund essen können eigentlich. Oh. Also, du kannst jetzt nicht auf der PS4 spielen, du kannst es auf der PS4 spielen. Ja. Das ist doch so, ne? Ach, so ein Blödsinn. Naja, äh, egal. Aber ne, ist ganz nett eigentlich immerhin. Gehen wir doch auf die Trophäen dann? Wir haben wirklich lucked out, stumbling into this house. Buch, Brief, Feuerzeug, alles Mist, das nehme ich. Time to get warm. Wonder where Brody is now. Achso, ist der. Oh, yeah. No internet. Yeah. Ja. Daniel braucht es nicht, das zu sehen. Was ist das? Äh, das ist irgendwann irgendwie geplant. Ich muss ja heute über den Kopf, äh... Achso, 2003, ach du Scheiße. Achso, die Person hat hier gewohnt und dann war Schicht irgendwann mit ihm, mit Leben und so. Ich verstehe ja. Als ob der das nicht wissen darf. What the fuck? Das ist jetzt hier ein Vaterstod. Easy. Fremdes Süßes, den wir nicht kennen, ist tot. Ah! Streaming im WLAN. Oh, zum Glück hab ich LAN-Kabel. Bruder. Hier wir gehen. Hold on, Mushroom. Wir werden ein Feuer bauen. Oh! 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 Oh yeah, I miss him so much! It hurts! Danke! Tell don't tell! Ne, show don't tell, tell don't show. So! Essen fassen! Oh Junge! essen wir konservendose 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 oder konservendose ich habe diese monat lang ist dann ist irgendwann auch so naja eine mutterhalter dann fang aber du mir das anzuarbeiten muss ich jetzt machen damit ich auf kriege dafür ja da müssen wir rein puten ich verstehe ok marvin aus der dose brot in der dose solche die animationen skippen bitte ja nein es ist noch nicht fertig ich bin jetzt ravioli expert ja daniel klippt sich durch den bildschirm mhm poor guy i guess kids have to grow up anyway right ja origen mit scarface standard naja juckt mich nicht gab er haben das angucken kann die store als kohle der nächste 2 hallo tobi die bobi und der bums hier fertig wir essen danke und gleich weil sie nicht gut Trüffelsauce, hm hm hm. Der Hund hat da reingeschissen. Oh, du willst was auch? Komm, Mushroom. Jetzt fühlst du mir ein bisschen leid, aber ein bisschen auch nicht. Guten Appetit, Mushroom. Mann, sie liebt das Ding. Ich wollte es in Episode 1, als er so gekotzt hat. Das hat mir gefallen. Ähm, okay, frage ich mich. Ich glaube, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Was für eine Karte? Hm, nichts hier. Daniel, was hast du mit der Karte gemacht? Hm, was meinst du? Du weißt, was meinst du? Du weißt, was ich meine. Wo ist die Karte, die mit meinen Sachen war? Oh, diese Karte. Die ist in meinem Temp. Sorry, Sean. Ich habe echt so... Null. Bock auf den nächsten In-Game-Morgen. Auf den nächsten In-Game-Morgen. Ich muss mich durchsetzen. Ich habe vorhin auch eine interessante Entdeckung gemacht. Ich stand so an der Ampel. Dann war da drüben so eine Muddy mit ihrem Hund. Und der Hund setzt sich einfach hin. Guckt Muddy an. Bellt einmal richtig laut so. Wuff! Und was macht Muddy? Greift in die Tasche. Nimmt sich ein Leckerli. Und gibt sie jetzt dem Hund. Dachte ich mir auch so. Nice. Jetzt lernt der Hund richtig schön. Er muss nur kläffen und er kriegt dann Leckerlis. Ja, ja. Fand ich witzig. Wunder das sagen. Hm. CD-Spieler. So wie eine PS1. Der PS1. Du kannst kein Handy in die Hand drücken. Leider. Noch nicht. Äh. Watch out. Daniel loves his brand new tablet. Oh, die Dinger. So ein Dinger die früher auch. Die sind lustig gewesen. Wo du malen konntest. Und dann hast du so ein Berührer gewischt. Wuscht? Dann war alles wieder weg. Ja, 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 ja. Case closed. 22. 22. Wir haben das Jahr 2022. Äh. Sean. There's someone at the door. What the. What the fuck. I don't know. I just saw him now. Doppelmoral. 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 Ich hab's vergessen. Ich dachte, das steht wirklich ein. Ah. Okay. Ich denke, es ist Zeit für uns die Straße zu fallen. Und du wirst nicht besser werden. Wir sind fast aus der Herzen. Nein. Ich bin okay. Es ist einfach so schwer. Ja. Ein schlechter Schmerz, der nicht weggehen wird. Vertraue mir, Daniel. Du brauchst etwas Medizine. Ich hab' alles immer gesehen. Hier. Beaverkrieg? Was ist das? Das ist, wo die Eltern, unsere Großeltern leben. Okay. Also was? Was ist das Walking Dead? Dank dich bei Telltale-Spiele. Erzählgeschichten-Spiele. Erzählgeschichten-Spiele. Ich weiß nicht. Ohana oder so. Ohana oder so. Und sie haben immer für was die Mutter gemacht hat. Für was die Mutter gemacht hat. Ähm. Sie ist Teil des Teames. Was sagst du, Frau? Okay. Wann? Tomorrow. Ich hab' das richtig gelegen. Ich hab' das richtig gelegen. Das dafür gibt's. Plus eine Stärke. Geil. Schreib' mir meinen Charakterbogen. Oh Junge. Der wird so richtig. Der wird so richtig. Der wird so richtig erfräsen. Ich hab' das richtig gelegen. Ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl. Schiff. Das ist besser als nichts. Das ist so interaktiv. Ich hab' ein Schiff jetzt. Ich hab' ein Schiff jetzt. Also zum Spiel hier. Sechs gleich Schiff. Fünf gleich Käpt'n. Keine Ahnung. Vier gleich Crew. Und irgendwas gleich Schatz. Hä? Ach was weiß ich. So egal. Komm' an. Fünf. Zwei. 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 Der ist wohl manipulieren mit seinen komischen Kräften. Wahrscheinlich. Was? Komm schon. Achtung. Bitte. Sitz. Ich habe jetzt ein Schiff. Komm schon. Gib mir etwas. Alles. Achtung. Das war eine nahe. Ich verstehe das Spiel nicht. Du Bastard, Alter. Kannst du meinen Würfel jetzt mal wieder umwürfeln, du Schabracke? Oh, ich hasse dieses Kind. Ich hasse es. 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 Kann ich etwas besser in diesem Zeitpunkt kommen? Ich weiß, was wir hätten gemacht haben, wenn wir nicht gefunden haben. Oh, sieh. Oh. 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 vier stunden eine playbox bitte das dachbarskind hat eine ist die molkerei von der exchange ich hoffe wir finden raus dass sie wo es einen da irgendwie den ganzen essen menschen und so zu den green das ist die einzige frage die ich mir schon im vorfeld gestellt habe und ich hasse frauen deswegen ich hasse ich hasse mein leben aber ich ja wie war dein tag Erstmal noch die vorige zum Ende zu bringen. Gay is the way. Ja, forever dauert gar nicht mehr so lange. Keine Sorge. Ich verstehe dieses Spiel halt nicht mal. Ich weiß es halt nicht, was ich überhaupt mache. Keine Ahnung, leider. Das ist mein erstes Resort. Ich hab mal von vorne angefangen, ne? Oh, was hab ich angerichtet? Oh, ich hasse es. Das ist gar nicht. Komm schon, gib mir was. Alles. Zero. Okay, lass mich jetzt riechen. Okay, ich hab genug. Mein Tag war nicht sehr ereignisreich auf jeden Fall. Ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, was geguckt, dann bin ich zur Arbeit, dann war ich fertig mit Arbeit, ich bin eine halbe Stunde länger geblieben, weil meine letzte Fahrt echt ein bisschen länger gedauert hat, dann bin ich noch schnell zur Post und habe mein Paket abgegeben, dann kam ich hierher, da habe ich auch schon angefangen zu streamen. Was passiert jetzt nochmal, ein Tretmino oder so? Oder ein Giftköder? Alter, schwächer? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, naja. Aber ein nettes Trinkgeld heute, das ist gut. Aber Hauptsache, Zigarren, ich habe irgendwie einen Scheiben-Schlageranfall gehabt, wenn ich das gesagt habe. Da kann ich an die Decke immer wieder fallen. Patsch. 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 Mann! 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 Wach! Mmh, lecker Eis, Tee. thoroughly. Institut Fresenius, da steht mein Name drin. Kann ich hier abbrechen oder... ... geht dann irgendwie so weiter? Ach es geht weiter, okay. mehr sehr gewünscht ein bruder sehr kaputt in der familie nicht du also wieder so eine lange episode hier drei der exchange kräfte findest du am besten die zeit das ist ein coole spielerischen aspekt aspekt digitale einlieferungsbeleg für ihr die heilpaket juhu paypal übrigens 399 abgezogen wofür wofür für dich digitale einlieferungsbeleg muss ich bei ebay noch irgendwas hinterlegen so dass die das jetzt der typ auch weiß dass ich es verschickt habe ich glaube nicht oder ich glaube das wurde jetzt mit dem scan automatisch getan ich guck mal meine ebay mega ich habe angemeldet hier ich bin ich angemeldet ok dann vergessen wir das ich trinke die ganze zeit ohne die in den den befehl dafür zu halten was ist da los wasch und schon am kreieren hey daniel kann ich den hund retten indem ich das nicht tue schon ein tick weder rei irgendwie auch ne mach es doch selber so so what's going on doesn't fit in there's too much stuff it's fucking bullshit hey cool down it's gonna be okay i know but what did you pack in what the dude you can't fit the whole room in hmmm don't worry you're super strong big brother can help awesome hm hab ich wieder ganz vergessen dass der hund existierte wahrscheinlich damals obwohl es auch nicht mehr wer da schon ist woher ist mushroom dort still peeing i guess i'm gonna check her trüffel ok i'll fill up our bottles and i'll catch up with you guys catch up guys hm blub blub no way i can give any of these to daniel too risky da kommt kälte durch da kommt freude auf hm ja eigentlich muss ich ja nur oder nur los ne this room is fucking cold so we put everything we didn't need in it and keep it closed du musst mir doch mal angucken gold kacke interessant so jason hm ne geh nicht was meine aufgabe eigentlich die feldflaschen für die reise füllen ach so ach so ist das ja 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 ok ok acht kann oder hell ist hier und dass ich ja die richtigen bedingungen kommen dass ist denn die tode sind und der hon noch lebt keine Und der Hund die Kräfte hat. Wo ist er? Wir haben eine 2-Dage-Walk vor uns. Aber ich kann gehen. Daniel? Wo bist du? Oh oh. Was ist hier passiert? Ich hoffe es ist nicht Chris' Blatt. Also der aus Captain Spirit. Das ist nicht gut. Ah. So geschah es. Ich habe ein bisschen Lust hier einfach einen Shitty Run zu machen. Ganz ehrlich. Und zum daher. Mach das nicht platt. Hast du ein bisschen jetzt hier. Ja. Genau das. Autsch. Daniel. Du bist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Was ist mit mir passiert? Der geht den vollen Anakin Skywalker hoch. Du wolltest uns schützen. Zwei Duheltiere. Ich... Ich... save your strength. Wir... Es ist alles gut. Ich bin gerade hier. Einfach alle Gliedmaßen gebrochen. Hier so Stranger Things stabil. Der... Weg. Ich habe den Namen gemerkt. Ich bin stolz auf mich. Oder Blutbändigen. Das war so ein bisschen Blutbändigen auch gerade finde ich. Hm. Das ist eher so Luft drumherum bändigen, sodass sich die Gliedmaßen dorthin bewegen müssen. Gänzte Vakuum bändigen. Hm. Hier. Du solltest es machen. Einfach so ein Kreuz gebaut. Mashallah. Ich sag's häufig, es ist Mashallah mittlerweile. Ich hatte Clemens. M-a-r-o-m. M-a-r-o-m. Ist das es? Na. M-a-r-o-m. Uh. Gerni. Bye, Mus reduced. Genau hier werden die Lunge ein wirkliche Luft nehmen. So wurde die Erdkönigin gekillt. Aua. Wurde deine Serie erwähnt, oder ist das irgendwie so erweiterte Lore. Okay Rest in pepperoni Steffael finde ich aber auch gut stefan 3 ich hab nicht so etwas die frage war ja ich bin sicher dass er nach ihr nach Daddy oder Daddy Diaz warte was über seine Allergien? keine Allergien da sind, da sind keine Allergien da drin wir sind gut zusammen ok wir müssen gehen ok Akt 1 geschafft von vielleicht rein der politik ist auch ganz oben ich hoffe doch come on buddy keep out wolfs ins ihr seid keine Wölfe ihr seid zwei Menschen ihr seid zwei Tortilla Chips vielleicht ich werde rassistisch ich bin ganz schön rassistisch heute was über meine Trappen sollen wir sie aufbauen? sie werden die nächsten Rundfunker nicht weg hier bleiben ja große Eltern Tannenbaum shoppen genau Ich glaube, da lernt man die kennen, ne? Die komischen Outback-Leute. Und da ist man dann in Episode 3, ne? Ja! Ich bin so leise über den Bubz. Ich freue mich. Ich bin so leis. He, 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 Mom. Melancholische Indie-Rockmusik La 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 Der Death Star Irritiert mich grad ein bisschen Eine Stunde haben wir jetzt Wupp! Eine Stunde in Live-Junge 2 Episode 2 Morgen gibt's noch als eine Stunde in Das wird sogar okay Ich hab mich nicht des Todes gelangweilt Ich bin genug gespeist Was gab's zum Frühstück? Brötchen, Toast, Pfannkuchen Kann auch reden Kannst natürlich auch gerne reden Hör ich dann halt leider nicht Gyros zum Frühstück Geil Bei denen gibt's nämlich häufig Gyros, kann das sein? Hör ich auch nur weil ich heute noch nix gegessen hatte Also ich könnte halt nicht mor- wenn ich morgens aufstehe hab ich eigentlich immer Hunger Okay, wenn ich so zwei, drei Stunden nichts essen würde Dann würde ich gefühlt sterben Naja, ich hab keinen Bock mehr Würde mir auf jeden Fall was machen Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich abends meistens immer richtig früh esse Und dann lange nicht mehr Dann gibt's nur einmal die Woche und das meist am Wochenende Ich hab vorhin überlegt, ob ich mir mein Ultimatum setze Mein Ultimatum? Ne, Moment, das ist ja nicht was anderes Und mir sage Okay, Leon, du darfst nur einmal die Woche Pizza da mitnehmen Bei fucking Dominos Es ist halt so einfach, es kostet nix Und ich find's halt auch ganz lecker Und deswegen so, hm, ist die Verlockung immer da Wenn ich halt immer so weitermache, ey Ich werd wieder fett und eklig, hab ich keinen Bock drauf Selbstdisziplin ist nicht so stark in diesem Bereich bei mir Heute nur knapp 10 Stunden 30 Minuten misst du uns heute Okay Entspannt Hier hat Maxi 12 Achja Gestern hat's geschneit hier War cool Bin so abends nach Hause, war schon dunkel, hat geschneit so Und dann so in Reflexion von in Schnee und Licht und wasche Ja, wunderbar beschrieben Für morgen lag er tatsächlich noch Sogar jetzt noch ein bisschen, glaub ich Weil's echt arschkalt ist Hatte Save auch noch 2 Stunden voll machen können Genug Genshinquests hätte ich noch gehabt für mehr als 2 Stunden Wir haben es geschafft, Daniel Es hat lange Zeit, seit ich hier war Wann war das? Guck mal, Handy Wie ist das? Komm hier, ich will dich raus Oh oh, wo wir grad davon sprachen, ne? Ja, guten Hunger auf jeden Fall. Bestellen wir auch, wenn ich da bin. Merry Christmas. Wenn die Geduld endet. Die kenne ich, die ist aus Kapitänengeist. Sean? Oh mein. Ist das Daniel? Was ist hier drin? Schau, wer ist hier? Nach all dieser Zeit. Was machst du hier? Steven, schau dir in deinem Kopf. Na, es ist eine lange Geschichte. Kommt da nicht nur noch das Projizieren? So von wegen, ihr seid die Kinder von unserer Tochter und hätte sie den Mann nicht kennengelernt, wäre sie nie gestorben. Deswegen hasse ich euch, Kinder. Kommt das noch? Ich weiß es nicht. Guck nochmal. Sehe ich jetzt Detailaufnahme? Oh Junge. Welche sind denn das? Ah ja, die und die. Das sind auch tatsächlich, ich finde die beide echt geil. Die, warte mal, jetzt muss ich überlegen, ne? Ja, ich verwechsel die Namen immer. Für Las Vega und Cap Verde, glaube ich, ne? Ich mag die ganz gerne tatsächlich. Die Currysoße regelt. Vegan Curry. Ah ja, meine ich doch. Curry. Ach, ist aber doch Curry. Stimmt. Ja, dumme Namen, ich vergesse die mal. Die bestellen so wenig. Nein, wirklich. Also geht eigentlich. Oh, hier. Kann ich jetzt auch Calzone bestellen. Ist es, äh, warm genug für you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine. But you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Heißgetränk. Heißgetränk. Wie ist der Kind da? Oh, Scheiße. Ich bin so hungry, mein Bellen kürzt. Dann is was. Is den Tisch. Warte, du sollst nicht am Türrahmen knabbern. Es ist gut zu sein. Finally. Fuck. Ich habe einen Fehler gemacht, um hier zu kommen. Ich erinnere mich. I think it used to be in the living room feels so awkward to be here I know, what if Sean is guilty, sleeping in my home, close to us, let's just ask him what happened and we'll figure something out, okay? Alright, Steven. Ah, here, dithering. Juhu. Is it dithering? I don't know. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Na klar. Now, if you want to stay healthy, did you hurt that police officer in Seattle? Ja. No, that's fucking bullshit. Fucking bullshit. Fucking fuck. Don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw in the news. All I know is that. He shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but... Why did you run away if you're innocent? Mhm. Goddamn good question. Ja, die beste Antwort aus seiner Sicht wäre halt, um Daniel zu beschützen. Wenn er jetzt sagt, ich bin ausgeflippt, kannst du mir sagen, dass er einen Monat... Ach, kann ich jetzt sagen, dumm. Ja, stimmt schon. Er hat so einen Saskia Trauma davon getragen. Du wirst dich das sagen? Ich brauch den Ruhm auf den Tisch. Und meine ich hätte gestern Chips gegessen. Vielleicht für immer. Daniel würde in Fostercare enden. Ah, du kannst nicht sicher sein, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. Wir sind glücklich, dass ihr zwei okay seid. Okay? Ich liebe es zu denken, was könnte für beide passieren. Du musst jetzt denken, ob langfristige Lösungen zu denken. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Aber ich kann nicht alles machen. Also... Was sind deine Pläne? Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich mag sie. Ich mag sie. Danke. Das ist... ... wirklich schön, Steven. Danke. Okay, aber wir müssen die Regeln des Hauses anziehen. Keine Mühe, kein Geräusch. Die größte Regeln ist, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Ich weiß es nicht. Der wahre Friesimo durch, der wahre Leon. Ich glaube, das soll Frozen sein, ohne Copyright Befürchtungen zu haben. Ja, er ist. Aber er ist schon auf der Deutschen Bahn. Naja, geht so. Er wird ja immer positiv sehen. Wenn ich halt später komme, kriegt man Geld zurück. Wir können umsonst fahren. Und es ist halt immerhin nicht so eine ewig lange Strecke. Lass mich dir etwas fixieren. Wenn du dann halt, ne, wenn ich in die Heimat fahre und so drei Umstiege habe und zu meinem ersten Struggle ist und ich dann nicht weiß, ja geil, da kann dann nochmal eine Verspätung kommen plus durch die erste Verspätung kriege ich den zweiten Zug nicht und muss dann nochmal ewig fahren und dann verschiebt sich alles fünfmal nach hinten. Das ist halt nervig. Aber guck, wenn sie wohl die anderthalb Stunden sind, wie in der App da steht, dann... Ja, mal gucken. Ich habe übrigens auch nicht geguckt, ob da jetzt, ob ich da irgendwelche Informationen holen kann, ob das wirklich ich betroffen bin und wo und wie, aber ich finde nix raus. Haben sie schön versteckt, die Säcke. Da bleibt mir nicht viel übrig, als einfach zu fahren und zu gucken, was passiert. Ja, fühlt sich gut. Du fühlst mich besser? Du siehst gut. Ja. Ich liebe diese Bedeutung. Ich liebe diese Bedeutung. Oh, ja. Danke, Grandma. Sehr gut. Deine Temperatur ist hoch. Ich bin viel besser jetzt. Du musst es trotzdem schnell nehmen. Wie geht es, wenn wir ein kleines Bedeutung sagen und danke geben? Es ist, wie eine Bedtime Geschichte, oder? Ja, das ist ein bisschen wie das, ja. Ja, auch noch mal. Entweder ich will keine Verspätung, oder mindestens eine Stunde Verspätung. Eins von beiden. Also, sind wir bereit, zu beurteilen? Just follow my lead. Ach, komm. Natürlich. Wir brauchen alle Hilfe, die wir können. Kannst du den Fräsenpray in den Jet jetzt? Äh, Fräsen, Entschuldigung. Und Sean. Ähm. Und Muschum. Und du und Grandpa. Und, äh, Ich bin immer super, dass Fräsenpray eigentlich so macht. Gar nicht so, aber ist ja egal. Ich bin nicht tragisch, wenn du den letzten Umsteig versammelst. Ja, das ist, äh, Ich bin auch. Und, äh, Also, keine mehr denken. Weil, es ist ja dann nur noch zwei Sekunden bis zum nächsten. Ne, wie lang fahre ich? Drei Minuten, oder so? Bitte, bitte. Wir geben uns die Kraft für die Gefühle der Vergangenheit. Und die Tatsache, noch nicht. Amen. Amen. Okay. Es ist die Zeit. Trygeln, du musst. Du musst. Und du musst. Es ist die Zeit. Es ist die Zeit. Du musst. Und hier gibt es keine Rathausen. Wir sind zu füllen. Unabhängig. Oh, und... Danke wieder. Unabhängig, Frau. Unabhängig. Unabhängig. Es fühlt sich sehr gut so schnell aus der Bedung. Und die Salome. Ich höre dir das. Einplexe nicht mehr. Jungs, keine Salome. Nun... Klärcher sieht sehr dicke. Und schön. Ich glaube, Steven ist auch. Ich hoffe, dass wir hier gut sind. Ich glaube so. Und die wichtigste Sache ist, dass du Zeit hast, um besser zu werden. Sean? Wir sind in Mom's alte Zimmer? Nein, ich glaube, das ist nicht das. Nicht aus dem, was ich erinnere. Aber es ist schon lange. Können wir... ...ein morgen? Vielleicht finden wir etwas von ihr? Warum willst du das machen? Ich weiß einfach nichts über ihr. Daniel, ich verstehe. Aber wir müssen uns jetzt auf wo wir sind. Danke! Und wo wir gehen. Mom left uns. Sie hat ihre Wahl. Wir müssen uns machen. Und wir können nicht zurückgehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Danke für den hier. Hey Mann. Ich habe noch Kleingeld hier dran. Ich habe heute echt gut Trinkgeld gemacht. Ich glaube irgendwie 18 Euro oder so. Dafür, dass es eine Frühschicht war und nicht so viel los war. Voll gut. Ich habe hier noch 50 Cent, weil die da rumlagen, nachdem der Kollege die schon eingeräumt hat. Und nicht mit reingetan. Ich habe gesagt, okay, dann grebe ich mir die jetzt. Pech. Ich habe mich konzentrieren und es passiert einfach. Das ist einfach gerade geil. Ich habe 19 Euro 3 gegeben. Zeit, ich habe mich mit Render verloren. Warte. Warte. Hat es so zu tun? Nein. Aber es ist ein bisschen lächer. Und es ist verschwössig. Sorry. Das ist das Haupt von Gate. Wir hatten vor dem Gate. Die Rundfurt. Weißt du die Runden, oder? Wir wollen wirklich nicht, die kleine Städte hinterher 3 Fragen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. ich pass gar nicht auf ich bin nur für die trophäen hier ja ja kommen wir beide jungs gebe ich euch gesagt wie geht habe ich jetzt mein portemonnaie 15 20 25 26 26 ja damit sie 27 27 ein paar zerquetschte 27 freut eine person die nicht hier ist genau zwei halbe bitzen gegessen den rest im frühstück oder mitternacht snack oder mitternachtssnack bester snack der welt ganz cool wenn ich morgen ein bisschen trinkgeld kriegen kann ich wahrscheinlich am dienstag noch mal wie sie davon einkaufen was dann wirklich nur ganz wenig sein wird weil die hälfte europäer nicht da und der rest kann ich dann bei dir schön für weil sie nicht spiele ausgeben oder so so und ich glaube jetzt kann ich ein paar trophäen hier einheim sind stefans buch und nur das bandana ja wie gesagt habe ich auch mal als sie übrig geblieben ist habe ich auch mal gegessen und fand ich auch recht ganz gut dachte mir auch so um die currysoße kann was macht es ist eine gute sache sie ich mir jetzt die dirty kack kleidung von gestern wieder an oder wie wieder das also von gestern und dem ganzen monat frische klamotten ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig ja die qualität der pizzen kommen wir auch immer darauf an wer sie macht und wer den teig macht also auch ganz wichtig weil manche leute wie keinen teig machen können dann zu viel anderen kreis machen dann wird er so bröselig dann wird er dann ein bisschen dicker es ist immer wieder ein lustiges unterfangen in irgendeiner ecke kann nämlich hinsetzen zeichnung anfangen so ganz verstehe ich die faszination von modell eisenbahn nicht ich verstehe die faszination daran sich irgendwie keine ahnung so kleinere häuser oder was auch ich zu kaufen und sich so eine kleine eigene ja weiß ich nicht stadt dorf was auch immer so zusammen zu bauen das ist bestimmt ganz cool jetzt cool aber explizit der zug und dann quasi so zu machen cool ich kann hier im kreis fahren und vielleicht da mal abbiegen und da denke ich mir so ja cool spannend naja das ganze große person wieder im wasser steht so verhältnismäßig wir können auf jeden fall noch eine trophäe holen die so ein bisschen ralliger neudiger würde ich sagen aber das machen war später gesicht waschen ja kleidung wechseln krass damit wir noch zum sport ja die sind kriege also keine kniebeug jetzt naja warum sage ich warum sage ich naja mach was du möchtest ich will ein bisschen anpassen noch gut dass du nicht nein gesagt hast aber ich werde die ganz klein ticke teuer machen und ich werde ich ein bisschen beschränkt wird auf 40 oder so ich werde sie beibehalten das tut mir ganz gut oder so mach das wie viel kosten die gerade 2,5 ne ich meine eigentlich ist es total bescheuert weil sowieso nichts sportlich wirklich mich weiter bringt aber hey ihr seht mich leiden darum geht es mir nicht dass ich wirklich sport macht tausend kosten die echt so günstig habe ich die gemacht und dann ist kein wunder eine rein modus war so teuer stimmt ja da machen wir den wir auf 1 5 oder so ich überleg es mir mal 10.000 ich habe mich von marvin endlich sonniger einlösen können ich kann das ja auch selber sehen ich muss die symbole eigentlich mal alle anpassen schon mal das eigenes rein klatschen außer die bit symbole die werde ich nie ändern das mit so groß sonniger auf 1000 ich liebe es wenn im videospiel einfach immer genauso weggekattet wird dass sie die animation nicht machen müssen das ist in jedem fucking spiel so sieetten ja es ist gut zu weit weg von allem ja man kann irgendwie gute bilder finden oder ideen haben was man design für spiel das ist Ich mag es. Es ist toll hier. Oh, bless your soul. Du bist gut mit unseren Nachbarn. Wir versuchen, ein Hand zu schnauern. Like zu Charles, neben der Tür. Er hat seine Frau verloren. Dinge haben sich schwer für ihn und seine Sonne gemacht. Er würde einfach verloren in Seattle. Aber wir alle nehmen ihn hier. Wie alt ist seine Sonne? Ich glaube, er ist deiner Zeit. Oh, cool. Gleichgesinnt. Gleichgesinnt. Einer von uns. Oh, geil! Ich habe hier den Deckel von meiner Wasserflasche und den Deckel von der Eisteeflasche. Und ich kann ihn hier perfekt reinstecken. So etwas befriedigt mich auf andere Art und Weise. Das habe ich von meinem Vater. Der macht auch immer so eine Scheiße. Probiert immer rum mit irgendwelchen Deckeln. Passen Sie woanders drauf? Kann man ihn einander stecken? Oh, cool. Oh, und ich dachte, Steven war ein Fast-Eater. Voll geil, Alter. Jetzt kann ich... Oh, ist so ein bisschen nass, naja. Bitte schön so. Bop! Der hält auch. Den Deckel, den Deckel, den Deckel, den Deckel. Maybe you should tell him that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean. I don't really want to talk about this anymore. It's over. Menschen, die Teller an der Wand haben, sind mir immer noch sehr suspekt. You have to respect my rules under my roof. Okay. Meine Oma tatsächlich nicht. Chill out. Ach komm, ich bin nett. Kann nicht so schlimm sein, wie wenn sie mit einem Mexikaner durchgebrannt wäre. Ich apprecie that, Sean. Now you better go find your brother. Was ich cool finde, ist Teller an die Wand hauen. Bam! I bet Stephen has the key. Tenny old freak. Thank you. Ich hab's doch schon einige Teller zerstört, aber nicht so. Einmal nur, weil ich dumm war und sie fallen lassen hab. Ich hab's schon lange keinen Teller mehr zerstört, tatsächlich. Von meinen neuen Tellern, die ich hab jetzt seit... Dann haben wir die gekauft. Moment. Ey, dann war Mitte des Jahres? Ja, doch. Ich hab's ja nicht, als ich... Nee. Daniel's going nuts in here. Kurzer krumm danach, wahrscheinlich, ne? Ha! Ach, keine Ahnung. Was findest du schlimmer? Die Foltermission GTA 5 oder Live Strange 2? Die Foltermission GTA 5 ist super. Ah, die Foltermission, was da für ein Drama drüber gemacht worden. Ich hoffe, wir won't get Claire und Stephen into trouble. Real Boy, echte Jungs, Mann. Die müssen blau tragen. So, jetzt kann ich aber hier ein bisschen Trophäen holen. Das möchte ich gerne tun, auch tatsächlich. Und sitzen möchte ich auch sehr gerne. Darf ich hier rein? Hey, yo. Ich sag gar nichts. Die Idee ist ich. Das ist immer mit Claire. Ich kann wirklich sagen, ob das ist lustig oder bossy. Liebster jemand, falls du die Wäsche wäscht, Folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß und Bodenwäsche nicht mischen. Niemals. Benutze einen Becher Waschmittel. Rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäscht, benutze den Waschgang. Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sache ruhig nierst. Liebe deine Frau. Wie geht's gut? Nachbarn, alles gut. Äh... Ich habe eine seriöse Umfragen-Idee. Imagine, ich könnte teilnehmen einfach. Mashallah. Ich kann ja teilnehmen. Lieblings-Life-Is-Strange. Tell me why. Ich habe abgestimmt, glaube ich. Was für eine Frage. Das ist ja keine Meinung. Das ist ja, da gibt es ja nur eine richtige Antwort. Das ist ja wirklich. Oh nein, das war so eine Kack-Quest von dem. So eine richtige Kack-Quest. Nee, komm, geh weg, mach ich später. So, warte mal. Wo kann ich mich jetzt hinflitzen zum Zeichnen? Hier nicht. Ich meine, ich habe zwar wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber ich will es natürlich nicht verkacken, ne? Apropos kacken. Da besser die Tausch-Quest, ja. Die Oslo und Baker. Spielen! Da kann ich nämlich was holen. So, pass mal auf. After the breakfast and after you do the drawings in the corner. Hey, was ist denn? Head upstairs and interact with the train set. Oh, Entschuldigung, Herr. Du hast nicht gewonnen, wenn ich dich für diesen Trainern gewinne. Du hast einen Hitschick. Ich fritt gerade die Kamera mit, ähm... Oh, richtige Flugkamera, ja. Jetzt muss ich ein realer Super-Hero sein. Und schrauben den Trainern vom Disaster. Schnauwa! Gib Gummim! Ich erinnere mich, wenn ich das spät nach Berlin kam, ich komme zu spät nach Berlin. Okay, warte mal, was müssen wir machen. First, interact with the switch and click set to ride. Trainern wieder. Ich miss es. Shh, nicht zufrieden. So schnell wie wir können. Welchen? Ach, leck mich doch. Second, interact with the cooling station and click prepare for... Dann wird zu der sein. Third, after the train stopt, ist die cooling station and deck with the switch again and set it back to set to forward. Okay. After the third step, the train will go around into a tunnel, blah, blah, blah. Okay. Watch out! The train is going to derail! Nein, tut er nicht, du spacken. Okay, warte mal, mach mal kurz Pause. After the third step, the train will go around into a tunnel and you can hear it hit something. Daniel will hear it to mention it. Now, just let the train go around the entire track into the tunnel again. When the train comes out of the tunnel, move the camera to the left and interact with station. and make the train stop, okay. Also, wenn er da jetzt den Tunnel fährt, macht es gleich Radau vielleicht. Aber warum? Aber nur, weil es jetzt ein bisschen höher ist, weil da irgendwas drauf fliegt. Da gibt ja irgendwie keinen Sinn. Das Toy-Train ist eigentlich keine soothek. Hm. Sollte, wie etwas ist in diesem Tunnel. Und ich warte. Ich muss wirklich nach unten drücken, damit die Kamera da ran fährt. Das ist weird. Ich bin solche Modelle immer beeindruckend. Der NRW Boy 18 hat ja lange Zeit, wenn man mit immer mehr Leuten so eine Modellbahnwälder schaffen. Hm. Ich war mal im Modell, äh, wie heißt es denn? Ähm. Da war jetzt eigentlich nichts, irgendwie. Na echt, ich drücke mal. Vielleicht doch. War doch, da liegt irgendwas drin, ne? Oh. There actually was something stuck in there. Juhu. Juhu. Ähm. Hier im Miniaturwunderland in Hamburg war ich mal. Ich hatte mich nicht mehr ein viel. Aber das war eigentlich ganz cool. Wie gesagt, äh, was ich halt sage, so, wenn du wirklich so eine richtig große Welt, die da mal in Riener zusammenbaust, das ist schon cool. Da, da sag ich auch nichts gegen. Aber ich find halt so dieses Konzept, dass es sich irgendwie um diese Modelleisenbahn dreht, ein bisschen weird. Weil ich mir denke, so einfach jetzt, du kannst dich da hinsetzen und kannst sagen, Zug fährt, fährt schneller, fährt langsamer. Und du kannst die Weichen umstellen. Finde ich jetzt nicht so spannend. Einfach. So aus, aus Gameplay-Perspektive. Wie gesagt, aber, siehst du, was Gutes da zusammenzubauen und so, das ist bestimmt cool, da sag ich auch nicht gegen. Aber ja. Ne, das ist halt, ne, einfach, einfach meine unqualifizierte Meinung. So. Mh. Auf jeden Fall, ruf her, das ist geil. Gibt einen Kanal, Zelda-Junge mit großem Z. Hat der mehr oder weniger Abonnenten als ich? What? Echt eine Week? Das wäre der nächste Morgen. What the fuck? Weniger zu sehr gut. Knapp mehr als ich. Sehr gut. Ich laber, pupu. Pupu, Mann. So, in welche Corner kann ich mich setzen? Ich will jetzt mich erstmal in die Corner setzen. Ja, Corner. In Damien's Game Corner möchte ich mich setzen. Und dann kümmern wir uns um, hier. Um den Scheiß. Ey, diese Sätze mit diesen geilen Haltern. Ich war in Amerika. Ja, zwei Wochen. Sie haben wirklich alle diese Sessel. Es ist so geil. Die sind aber auch echt gemütlich, muss man tatsächlich sagen. Ach, Amerika. Ah, achso. Einfach in der Ecke. Ist das so? Oh, don't draw me like this, Sean. Draw dich gleich wie einer meiner French Girls. I'm drawing the whole room. Good. It's so nice to see you practice. You're so passionately. I've looked enough. Time to draw now. Ich bin nicht bewegt. Ich hoffe, ich gucke dir gut. Ähm, ich möchte gerne weiter. Darf ich? Drawing starts by observing. Like her teacher used to say. Observieren. I think I'm ready to draw this. Frittieren. Karamellisieren. I'm not moving. Hope I look good. Time to take the pen, dude. Pling. P-p-p-p-p-p-p-pling. I'm not moving. Hope I look good. Pretty good. Er sagt das wieder. Ich kann mehr Details, wenn ich will. Okay. Ich set the line. Er kann mehr Details adden. Hm. Hm. Das Kabel und sieht aus wie so, 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 so ein Vogel. Du Vogel. I've looked enough. Time to draw now. I'm not moving. Müsst ihr jetzt einfach weggehen, so. Sie einfach rauslassen. Nee, eigentlich hätte ich Daniel rauslassen sollen. Ich habe ihn englisch ausgesprochen. Ich weiß, das klingt falsch. Finde ich auch. Cool. I think I'm ready to draw this. I'm not moving. Danke. Grenzen ziehen. Noch immer schon den Silbertrufe her. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay. Hm. Das Kreuzer macht mich ein bisschen, äh, nervös. Muss ich sagen. fühle mich gleich beobachtet von allah da war das nicht horny der kreuz auf der stirn und heiligen geschein dort ist alles das arabische wort hol ihn dir doch selber du spacken du musst einfach nur aufstehen und da hängen ich weiß du bist alt und du kannst auch laufen dann war es mir nicht mehr vor dass der schrank stirbt jetzt holen sie den kleber nicht dann liegen sie unter dem schrank stimmt ich weiß das ist gemein ist da passiert gleich was so das hat gewonnen repräsentative umfrage möchte anmerken es ist wissenschaftlich bewiesen was für ein geheimnis zwei bitte ehrlich meinst du das ist hier auf bezogen oder willst du was anderes meint was anderes ich muss pinkeln ja hier aus df was sagt die wahrheit junge wahrheitsjunge und zau ich dich ok ja wir können ja auch ab jetzt in dem spiel jedes mal wenn eine entscheidung kommt eine umfrage machen und das was gewinnt nicht 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 es hat angefangen es hat angefangen alles passiert ich wünsche ich es dir erklären aber das ist jetzt und wir müssen mit ihm leben mit ihm leben Ich weiß nicht, was du erzählst. Er braucht dich. Oder irgendwas. Und ich habe wahrscheinlich nie ihn wieder gesehen. Ja, ich verstehe. Er braucht dich. Mehr als alles. Und bei der Seite, ich muss das zwischen uns. Klar, ich bin in die Uni gegangen. Veranstaltung, nach anderthalb Stunden, war Pause, ich musste pinkeln. Nach weiterer anderthalb Stunden, war vorbei, ich musste pinkeln. Ich habe mir die ganze Zeit gefühlt nichts getrunken. Ich höre ihm nicht zu gerade, ich weiß. Es tut mir leid. Ja, ne, die Toilette war... Ne, ging so. Vielleicht solltest du hier mit uns bleiben. Ich weiß, dass du immer wieder versucht hast, um nach Mexiko zu fahren, aber... Schon mal eine Uni gequotet. Vielleicht können wir, aber... Weiß ich gerade gar nicht. Warum nicht? Ich habe da nicht so ein Problem mit. Ich weiß, dass du hier mit uns stecken mit uns, alte Farts, das ist nicht spannend. Aber... Das ist dein Haus jetzt. Das ist cool. Ein bisschen anders, aber... Ich will einfach nicht, dass du in die Probleme wegen uns. Es ist gefährlich zu sein. Denkst du, dass dein Vater das für seine Kinder wollte? Natürlich nicht. Aber alles ist anders hier. Ich weiß, ich weiß. Na ja, einfach zu denken. Aber... nicht zu retten. Ich will. Hey, äh... Claire sagte, du hattest die Schlüsse für die Toilette? Oh, sicher. Hier. Ihr möchtet euch das Sonne. Heidewitzka, dingalingaling. So, jetzt mach ich folgendes. Erstmal Werbung schalten. Danke. Ah... Bringt eh nichts. Aber ist mir egal. Ich muss eigentlich auf einmal so pissen schon wieder, ne? Furchtbar. Warum bin ich so? Meine Blase ist so scheiße. In einer Sekunde ist alles cool. In der nächsten Sekunde muss ich pinkeln. Und eine Minute später explodiert einfach alles in mir. Ha! Bis gleich. Wo ist der Pause-Screen? Oh Gott, ich glaube ich pinke mir in die Hose! Ich bin ein Baby-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber. Ich bin ein Baby-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber. Ich werde dich nicht essen. Ich werde dich nicht essen. Okay. Looks gut. Okay. Vielen Dank. Mm-hmm. 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 Put a little glue here. Put a little glue here. Hi, Niklas. Oh, there you are. Oh, there you are, Sean. In this sense... Hey. I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about eight. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next one? If you're in the bathroom basket? Totally. Yeah. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tight in your stuff too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. And remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel. Will you work for you? Uh, no. Hi, baby. Busy my ass. Come over here. Come over here. Come over here. Will you find me first? Oh, jeez. I get that he's sick of all the shit. Ich denke mir so, das ist wieder diese Witme-Situation. Ach ja. Und selbst wenn Twitter down geht, ist mir sowas von scheißegal. Diese Plattform sehe nur noch ein... Ein Ort toxischer... Äh, weiß ich nicht. Gegeben mein... Ach ja, welche war schon sollte ich ja. Da war ja was. Discourse mein Twitter. Eben. Meins auch. Benutze ich beides viel zu wenig. Wee. Ich bin Twitter halt immer so für mich als Plattform halt ganz interessant oder ganz gut. Einfach News zu bekommen zu Dingen, die ich möchte. Keine Ahnung. Videospiel sein. Film sein. Ein paar Leuten, die ich mag. Und da krieg ich die neue Infos und das ist so cool. Und was anderes bau ich nicht. Und das krieg ich alles im Zweifel woanders her. Fuck Twitter. Fuck the shit. So warte mal. Was muss ich... Ich hab schwierig drauf gepasst. Ähm... Twitter Trends sind ein guter... Man sagt doch nicht, was ich in seinem Tippe. Ach so, warte mal. Weiß und bunt Wäsche nicht mischen. Niemals. Das mach ich... Warte mal doch. Das mach ich. Ich trenne zwischen 60 Grad und 40 Grad Wäsche. Zum Zweifel könnte ich glaube ich auch alles auf 60 waschen. Aber naja. Das ist der letzte Strohhalm Ordnung in meinem Leben. Mein Leben ist sehr geordnet eigentlich. Aber ey. Reddit Max. Reddit. Reddit... Reddit ist so ne Sache, die ich halt immer noch nicht... ...kann auf mich eingefuchst hab, weil ich einfach gar nicht damit klar kam. Weil sie es kurz mal ausprobiert hab. Ich bin so nicht durchgestiegen durch alles. Egal. Ich bin halt ein alter Mann. Mann, ich hab nicht aufgepasst. Was muss ich tun? Ach so, ich kann doch hier gucken. Dich draußen im Schuppen umsehen. Die dreckige Wäsche finden. Wenn du die dreckige Wäsche hast mal finden musst. Ich weiß, wo die ist. Sometimes I feel like... ...we're complete strangers. Ja... ...what we kind of are. Ähm... Die Tür ist sehr wild aufgegangen. Ach so. Der... Ah... Wo versteckt Daniel sich? Daniel, der Zauberer. Oh, nicht hier. Oh, komm. Ich weiß, du bist da drin. Gotcha! Was denn? Ja. Sehr lustig. Werde genug Weises, um es getrennt zu waschen. Stimmt auch. Ich habe... ...vier weiße T-Shirts. Was muss ich tun? Du schraubst das Mess in unserem Raum. Und ich schraube das Lager. Cool? Wieder? Wir müssen immer alles cleanen. Ich will nicht. Ja, ich höre. Ihr seid halt jetzt die mexikanische Aushilfe. Cool. Danke, Sean. Hilfe. Rassismus, Misere als fuck. Ich mag ja einen Meme-Channel. Getrennt waschen. Ich wasche immer alles zusammen. Außer wenn ich mal was Neues der Farbiges habe. Da passe ich vielleicht auf. Nichts die Trend dreißig. Dreißig. Time to take care of that laundry. Ja, unter Wäsche 60. Nicht unter Wäsche 40. Gib ihm. So, ich muss immer noch die Wäsche holen hier. So eine fuck-kackte Kacke. Alright. Let's get it over with. Mehr genug Unterwäsche um das zu trennen. Ich kann mit meiner Unterwäsche den ganzen Bottich füllen. Wie heißt es? Tonne. Ding. Booms. Eine ganze Maschine. Man muss auch sagen, ich habe ja eine kleine Waschmaschine, ne? Ich bin eigentlich auch dankbar, dass ich dafür so viel habe, weil ich manchmal echt faul bin. Und wenn ich dann irgendwann keine Unterwäsche mehr habe, dann wäre es schlecht. Warum spiele ich Life is Strange 2? Nein. Ich komme mir keinen Fisch an. Do you like fish sticks? Ha! Der beste Witz der Welt. Ah, okay. Hey, we'll do it. Das ist ein Entertainment von Eric Cartman. So, die Welt haben wir, ne? It's always with Claire. I can't really tell if this is cute or bossy. Rote Schachtel. die welt ist gewaschen okay gut ich verstehe ja so geht es so schnell jetzt bei mir auch der trick ist die die da oben leute die wollen uns weismachen dass wir wasser brauchen aber eigentlich das ding ist durchgeklickt müssen wir nur in die waschmaschinen turnen und direkt daraus nehmen das ist sauber um es gespielt zu haben um es noch mal gespielt zu haben das ist das problem in meinem fall guck mal ich kann die flasche sogar anheben mit dem extra deckel ich mache es für die platin trophäer ja oh man finally feels so good to be outside reminds me of the cabin right watch out for the pack es tut weh in ein baumhaus übrigens an dem lustigen so happy to beher schneemann schneemann heißt es doch jetzt nächstes trophy aber ich glaube da darf ich noch nicht hin da darf ich noch nicht hier erst mal muss sich den schub und öffnen ob ich jetzt ein key dafür oder wie sieht das aus ja ja ready for store tos ha das kenne ich was war frozen shut of course guck mal captains were sogar mit outfit das haben wir im display nicht gesehen es ist unzweifelbar und zwar und an zwei er hat diese überkräfte wollte ich sagen unzweifelbar es ist unanzweifelbar wörter zweifel 2 zweifellos es gibt viele wörter und alle kenne ich mich kenne schon sieben wörter Wow. Oh, er liebt Superheroes, sogar Powerbear. Ah, gut. Hey da, sind Sie der Trophy-Guide? Oh, äh, ja. Da sind unsere Großeltern. Ah, ich sehe. Oh, jeez, Chris. Du hast keine verdammten Schuhe auf. Ich bin sorry, buddy. Let's get you inside. I, uh, yeah. Okay, dad. Thanks, guys. Oh, and, uh, if Claire asks, tell her everything is fine. Is it? Is it? Really? Uh, never mind. See you around. Sure. Trophy-Guide. Wer über Trophy Hilfe braucht, der ist auch Lust. Thanks, guys. See you later. Der erste Teil, die kam für den Crash 3. Der ist hart. Daniel. Ah, die kenne ich tatsächlich nicht, also vom Sehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, bald. GBA-Tele. Das ist nicht extrem geklaut. Ich bin nicht schmerzt, Mann. Es ist... Es ist vorbei. Daniel. Erinnere mich, dass wir rauskriegen sind. Also keine Training und keine Verwaltung von deinen Kraft. Von jetzt an, du stehst mit mir immer wieder, okay? Okay. Der ist nicht an meinem EP von vor zweieinhalb Jahren. Jetzt hätte ich weiß, wie es sogar noch ungefähr wieder aussah. Und der war halt echt scheiße. Ich erinnere mich daran auch noch so. Also das war scheiße, aber ich weiß nicht mehr genau, was das scheiße war. Und ich habe ihn ja nicht selbst erlebt. Das ist Megatron. Nein. Wie heißt er? Ach Gott. Megatron ist der Planet. Oder? Er ist immer der böse Transformer. Ach, leck mich doch im Arsch. Oh, fuck. Das Kind hört niemals. Optimus Schwein. Nee, er ist ein guter. Das ist der Truck. Brrrr. Truck. Ja. Der Truck, Truck, Truck. Kann ich auch ohne Hose raus, frage ich mich. Ist auch super, wie ich in dem Spiel wirklich... Ich erkunde gar nichts mehr, ne? Ich freue mich nur noch straight, der Story. Es juckt mich so hart nicht. Claire? Ich lehre. Steven? Anybody home? Is there anybody out there? Looks like I'm home alone. Hmm. Kevin Reise. Oh, Junge, da war und da habe ich über Interesse. Steven, man search crazy in us. Brno-Seite offen, frage ich mich. Erster Artikel, Explosionen und Schießerei in Seattle, ein unglückliches Geheimnis. Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz zum Seattle-Vorfall. Polizei erwegt weiterhin jede Spur inklusive Terrorangriff und Gang-Auseinandersetzungen, ja. Mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauern. Achso, sie meint schon den. Diese Artikel sind fast ein paar Monate alt. Das ist, Alter, wo sind die Dias, Bruder? Für unmächtig, sagt Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. Protesten Seattle. Polizei Seattle planen Seminare zum Bewusstsein zu ethnischen Vorurteilen. Ja. What the hell is this? Ach du Scheiße, ist das denn alles? Oh, Junge, das will ich lesen. Hey, verfolgt jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Erstens, wie starb der Polizist wirklich? Woher kam diese mysteriöse Explosion? Wir sind die flüchtigen Brüder entkommen. Warum verhält sich die Polizei so geheimhistorisch mit den Details? Diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Skido68, ich hab den Teil überblick. Geh zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in die Stadt bauen wollen, ist eindeutig. Welcher Teil davon? Sieht aus, als würden sie es den armen Kindern anhängen. G.H. Pimp. Ich hab das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert an der Erde? Vielleicht Vorbereitung für eine Operation unter falscher Flagge. Jill 101. Ich hab gelesen, dass ein Hotelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. American Eye. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Mad Man. Nicht alles ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Hipster Babydoll. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheimne Jagd auf die Brüder veranstalten würde. Ich hab gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass über Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Geil. Hipster Babydoll hat den Durchblick. Jetzt mal, ich mag die. Ja, äh... Anmelden? Holy shit. Oh, achso. Who are these assholes? I have some fucked up hate speech. Hate speech. But it's murder! Ja, was auch noch? Schäm dich. Nein, Kinder. Ich hab eine 38-Kaliber-Photone mit einem Namen, die des Bruders drauf. Ja. Welcome to the Internet, sage ich. Koalition amerikanischer Bürger. Ja. SPD. Bewusstsein zur indischen Säuberung. Schau dem Daniel nur mit, um sein... Adrenochrom zu verkaufen. What the hell is wrong with Lila? Oh, oh. You should call her while there's nobody home. Oh, oh. Oh, nein. Personen, die mir egal sind, sterben. Wir denken an dich in dieser schweren Zeit. Sei stark. Wir müssen dich. Ich warte bis bald zurück. Bisschen irre. Der Parkes bist ohne dich. Wir bringen dir dein Board mit. Weißt du, meine SMS nicht bekommen hast. Ich habe alle Geschichtsnotizen für dich. Hoffentlich sehen wir uns bald. Uuuh. Tim Lila, Twitch hat eine... An... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab' wirklich... Lila zu checken. Wie gesagt, ich mach' hier den Racist Revenge Run. Jeder, der sterben kann, wird gestorben. Ist mir scheißegal. Bin ich ein Misanthrop? Vielleicht. Brrrrrrrrrr. Also auch schon. Na, wenn's geht. Wenn ich's hinkriege. Also eigentlich achte ich hier auf nichts. Mir ist eigentlich alles egal. Ja, ja. Ich will nicht kriegen, wenn sie wissen, dass er nach Ericsson geht. Oh nein. Er hat Spaß mit meinem Kind. Das Arm ist ja das Problem, glaube ich. Warum kann ich hier nicht raus? Warum ich nicht kann verlassen? Raus. Lalalalalala. Ich versteh' gar nichts. Hey, ihr Fickar, wir sind in der Kirche. Ich glaube, sie werden nach mindestens zwei Stunden zurück sein. Sleepyheads. Okay. Ja, aber und Daniel bei den Ericssons abholen? Ja, dann müsste ich halt raus. Aber ich kann nicht raus. Ich erinnere mich, dass ich damals im Let's Player auch vor dieser Tür stand mir dachte, wie komme ich hier raus? Let me out. Irgendwo mit dem Schlüssel stecken. Oder hängen. Oder weiß ich nicht. Oder ich habe mich einfach einge... Vergesst alles. Vergesst einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Okay. Lass uns das Brack zurück nach Hause holen. Fliege, ein Saft. Geil. Ich habe auch irgendwie so eine Fliege, die seit ein paar Tagen rumchillt in meiner Wohnung. Der trägt ja einen Drachenkopf. Schon so, ne? Ich bin so stolz auf mich, ich bin so stolz auf mich, ich bin der beste Spieler der Welt. So krass fühlt sich eigentlich gar nicht an. Ich habe eigentlich gar nicht... Irgendwo ab der Hälfte war, ich meine gar nicht gezweifelt, dass ich das schaffe. Spätestens nach den Gargouils. Hätte ich Manus noch besiegt, dann hätte ich 180 Folgen gebraucht, wahrscheinlich. Ach man, ein bisschen scheiße fühle ich mich schon, aber auch nicht so richtig. Na ja, na ja. Da sind die F... F... Na? Ich hatte aufhört, kleine Kinder zu beleidigen. Oh, ich hasse Kinder. Wow. Sieht aus, dass jemand den hohen Preis hier verhielt. moment du wolltest tags und donnerstag durchspielen damit du heute nicht noch mal ran muss ja gut da wusste ich jetzt noch nicht von morgen abend dass da vielleicht was geht aber generell war ich einfach mir dachte gut dann muss ich eben nochmals für drei wochen viel meinen anderen sachen es passt ja gut wenn ich so ein durchspiel was geht ja wir wissen es immer noch nicht wie dass der kommende kommen morgen nachmittag an mal gucken was passiert hast du etwa nicht die fantastischen abenteuer von captain spirit gespielt mann 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 schauen ja doch ich verwechsel muss auch immer nachdenken wer von den beiden ist noch mal wer war ne furchtbar sorry ja warte mal kurz gucken ich glaube ich habe es gab mal drei trophäen die hälfte naja mal gucken nach zeithälfte jetzt geht mir schon schneller ich werde von nichts erfahren du darfst aber alles tun geil ich darf langziehen ja hast du auf jeden fall ich war fliegen objekte mit meinem mind oh super power wirklich ja let's go well das ist ziemlich cool chris so du bist wie ein superheer du bist wie ein superheer ich bin captain spirit ich kann überhaupt nichts zu meinem will aber das ist meine schreckliche identität also du kannst niemanden sagen oh ich kann ein schreck kapitän spirit jetzt bist du ein offiziell Mitglied der spirit-Squad wenn du uns verweigst ich werde dich entdeckern naja nur schuldig oh ja wir brauchen ein Team-Signal ich werde so ich werde so was ist dein supername, sean? was ist dein supername, sean? ich habe schon nicht aufgepasst ähm ich bin natürlich der silverrunner ich glaube, das habe ich damals auch ausgewählt was ist der silverrunner? cool? cool, oder? spirit-Squad net Team-Spirits boomer cringe das ist der Team-Spirits ich denke, wir sind bereit, um zu rollen äh, entschuldige mich wer bist du? ich bin sean oh ja, sorry man du bist hier für daniel hey, lass uns das offiziell ich bin charles ericsson schön, dich zu treffen ich hoffe, dass du wissen, dass daniel und chris ein gefährliches Team sind wir sind besser aufhören oder sie werden die Welt übernehmen ja sie haben viele Dinge so lecker als die können wir jetzt den christmas-Tree holen? wir sind beide bereit, zu fliegen ja, ja, ja das Team ist zu lange warten hey, du sollst hier auch kommen es ist nichts passiert hier ja ich kann nicht erwarten, um alle die Dekorations zu sehen und sean wir können christmas-Presente für grandma und grandpa ähm okay sicher ich gehe mit euch ach so okay geht auch gar nicht anders wahrscheinlich ja, ich wünschte chris und daniel überzugehen okay Team äh gib mir die Zeit, um die Rückseite zu schlafen ich bin fertig ich bin fertig ich bin fertig ich bin fertig oh, du wirst meine comic books ich bin froh, dass du auch kommst hey willst du meine Toys sehen? oh oh score the new hot dog man? since you're a new member of the team you have to know everybody these are Captain Spear's friends and his enemies so viel geiles offen that's pretty cool let's go also war ja is the hero natürlich äh so wie Luigi hallo pirate ist auch ein hero pirate pirate dino der bad guys ist auch ein hero bear ist auch ein hero right keine den bär herr den bären karls will in autos sind ganz böse so okay how did I do you're good you guessed all right you deserve a little reward it's an interstellar traveler I gave the other one to Daniel Wow that's awesome after all you're part of the team now okay let me introduce them to you this is team spirit the good guys there's the forest warrior power bear more T-rex and sky pirate so who are the bad guys that's not terrius and the shark stinger there's also snowmancer but he's out in the garden captain spirit kinda took care of him he might need a little surgery now but they're all working for man Troy the real super villain you should see his evil planet why doesn't captain spirit stop him he tried but failed that's why he needs super wolf you know Daniel to prevent man Troy from hurting other people yeah strength in numbers sounds like man short is in trouble just wait until he sees what captain spirit can do now yeah about that um does your dad know about any of this did he see something yesterday no he didn't see anything and the power didn't work yesterday 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 after I fell I must have been too tired okay good um I mean he could be pretty disturbed if he knew I'm definitely not telling dad I don't want to freak him out he's worried about other stuff anyway well your dad is cool he totally hooked you up with that treehouse yeah he let Steven build it for me it's my flying fortress I bet there's no stopping him from building things well captain spirit had to help him of course obviously all hail captain spirit the first and only carpenter vigilante there's the signal come on Daniel hey hey pro tip don't go in there okay squad immer noch die bären von letzten monat hier aus scheiß jetzt gerade von 69 wie viel wiegt niklas wie groß ist niklas dann schätze ich ok remember daniel don't mess around hat man entscheidung in captain spirit 1 bis 2 wie groß ist niklas 1 ich glaube nicht dass er zwei meter ist von niklas wieg 69 ich sage ja wieg 69 kann ich den deckel jetzt auch mit dem ding da drin ich kann ihn trotzdem auf die wasserflasche schrauben ist er so innen drin da ich liebe alles gerade ich gehe mich wiegen und kleidung ich habe keine waage so eine küchenwaage ich glaube die stirbt wenn ich darauf gehe bing 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 aber sind jetzt schon so langsam 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 richtung endet das komme ich glaube ich glaube ich auch mal bei dir jetzt mal auch mal wissen ich bin du bist bereit kann ein paar sterben an alter schwächeln hoffentlich hey you guys go ahead and we'll come back to meet you ok brothers meeting sure don't get lost dude die gestütz vor allem ich könnte auch die gestütz punkte bildung machen aber sieht man ja leider nicht so der power i know but christian see can you all this cool stuff i wish you could he reminds me of noah i just miss having friends sean die ho Was will mit dir? Ah, das wird richtig reudig. Oh, ich... Bucke. Wir müssen hier extra vorsichtig sein. Hm, jippie! Du kennst die Regeln. Ja, ich kenn die Regeln. Aber ich bin vorsichtig. Ich mache nur Dinge, wenn es mich und Chris ist. Niemand sieht uns. Ja, niemand, aber ich. Was, wenn es Chris' Vater war? Oder Mutter? Oder ein Kopp? Oder... Okay, okay. Einfach wieder ein Kopp, der reinkommt und die er schließen will. Aber ich bin vorsichtig. Das ist nicht genug. Du musst extra, extra vorsichtig sein. Okay, ich versuche, ich werde. Entschuldigung. Ich bin auf dich und ich weiß. Kann ich jetzt Chris sehen? Ja, wir gehen. Aber nicht vergessen, was ich gesagt habe. Ich bin auf dich. So viele Bäume. So, und hier gibt es in irgendeinem Baum was, ne? Sie sehen wie große Kocken. 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 Oh, ich muss nicht drauf herfinden, man. Aber, nichts. Ich werde dir später sagen. Also, was machen wir? Wir müssen den, den du möchtest. Hm. Die Ballon? Mein Ballon! Okay, just pick the one you like and come get it. Tonziegel. Ah, okay. Wir müssen also erstmal die Damen, die ich nicht verkehren werde ansprechen. Cool. Machen wir. Okay. Better find a gift for Daniel quick. While he's still busy with Chris. Hm. Hm. Everything all right? All good. Quiet morning as usual. All right. Tell me what he is. Hm, sure. Das wollen wir so mord. Pappteller.png. Es wird so gut produziert, als dass es sich wirklich so anhören würde. Aber geht zum Haare färben. Halt echt. Set immer deine Priorities. Vielleicht ist aber auch so geboren worden. Oder ist irgendwie den Chemikalien gefallen oder so. Seitdem geht das nicht mehr raus. Und so I asked for your demands. Give me your love. Give me your gun. And you chase us. Sie spielt nicht das, was sie spielt. Also das, was sie da anlegt für Akkorde, ist nicht das, was man hört. So viel erkenne ich schon. Diese sechs Experimente auf dem Vorropfer. Jawoll. Sie ist, wie heißt du noch? Irgendwas Babydoll. Was ist das, was sie probiert? Was ist der Bruder? Ich weiß nicht. Es war ziemlich cool. I just relax dude it's cool that you listen people are usually too busy to care you have a great voice you should be on one of those singing shows that's kind of nice not really my thing though I hate TV show business shit well thanks for the music and thank you for it's not much but she probably needs it more than me right now we'll eat for food paypal she makes paypal-werbung if I have enough cash left I could get a gift for clary steven hmm na komm obdachlose sind auch nur ein placement jetzt waren das nur für die klicks hey anyone got some spare change for a young beautiful homeless einbildung ist auch eine bildung ich denke ich bin bereit für das ich glaube sie bedrohe dich auf mich zu okay got it what are you drawing whoa it's so cool are you like a professional no more like the opposite you can draw comic books the awesome adventures oh captain spirit and super wolf pretty rad for a hollywood name yeah hey can you add something funny to your drawing funny like what i don't know something cool was funny ist oder was cool ist entscheidig big question zombies or ufo zombie zombie what about a zombie attack on beaver creek brutal daniel der rechte richtburg okay got it i hope i can draw like you one day i'm sure you will man ich hab deine bilder gesehen so ein geschenk kauf hin we only find made local products come take a look ich hab geld dieses jahr okay better find a gift for daniel quick ehh still busy hey hi good morning young man it's nice to see a new face in this old town thanks it's a super cool market you got here small towns are the best for christmas who are you staying with uh the reynolds everybody knows steven he was beaver creek's fire chief years ago uh you're not his grandson are you yes i am oh that's great he told me about you but uh that was a long time ago it's been a few years right family stuff i bet anyway look around and if you find anything you want i'll give you the special rentals discount you won't find better deals in beaver creek the best christmas wreaths are here Dekorate your friend, habe ich gerade verstanden. Dinge sind irgendwie schwer zwischen Charles und Chris. Aber sie sind ziemlich cool. Ich darf nur bei ihm kaufen, okay. Ich verstehe. Monopol. Ja, kaufe ich so eine dumme Kerze, komm. Schneemann oder Weihnachtsmann? Ich finde Schneemann eigentlich cooler. Oh, Holzbiber. Oh, das kostet zu viel. Habe ich kein Geld für. Also habe ich schon wegen Discountpreis, glaube ich. Aber naja. Also 9 Dollar. Hätte ich noch 3 Cent. Wieso kann ich nicht einen Schneemann nehmen? Der freutigste Geschenke, was es gibt. Kann ich euch jetzt hier prägen? Hallo? Ich will gerne. Ich möchte gerne kaufen. Warum würde sie es lieben? So. Ähm. Ich würde eine von diesen Schneemann-Thingen lieben. Natürlich. Sie sind handgemacht von lokalen Kindern. Und natürlich. Sie bekommen einen freundlichen Preis. Um die Reynolds-Reunion zu feiern. Oh. Das ist wirklich cool. Danke. Das Spiel hier hat auf jeden Fall ein komplexeres Geldsystem als Assassin's Creed 1. Ja, du auch. Danke. Cool. Mission accomplished. Wir besser jetzt gehen, bevor Claire und Steven zurückkommen. Ich bin ja nicht auf jeden Fall. Weder eine von unsere Reits ist Unique. Ich bin eigentlich in diesem Jahr ein kleinem Preis. Ich bin kein Preis. Was ist Lavasuna? Was ist Lavasuna? Was you were looking for, city boy? Um, yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Sorry, I'm... I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the wait. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Hm. Hm. No, no way. Just... Here for the holidays. Ah. Wurfmesser, das Geld. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Roadtrip? Not really. We kinda hop from place to place, hunting for little jobs and... It must be a long ride. That's okay. We hop on trains. It's just time to rest. Abgefahren. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Ha. Stoner Break. Not even close. We actually got work over there. Sean. What are you doing? We picked the tree with Chris. It's all crooked, but you don't work. Who are you? Oh, your hair looks so cool. Is it a way? Well, what do you think? Hmm. I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi Daniel. I'm Cassidy. I'm just a superhero outfit. McCree. The Hite McCree. I'm a superhero outfit with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh. Uh. Sean. I... I thought I told you. Now you did. Sorry. You went through some shit with the guys. How much did you get? You ready? No, I'm not ready. Hello, Pups. Oh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Oh, yeah. Hey, never too careful. Who knows what my God says. They're really, uh, really, uh, very stinking, irgendwann, when you're trying to do it, when you're trying to do it, when you're trying to do it, or when you're trying to do it, Pam. Die werden wir nie wiedersehen. So cute. I miss Mushroom. I miss her, too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So... You're going to find our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Rummelung, right? Calm down, sweetie. Tobi! Damit, damit. Ja. Ja. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to be laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's going to call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking Parasites. Why did they fight? I don't know why he yelled at me. We should kick his ass, Sean. What? I'm not sure if I'm careful. What? Oh, shit. What? Shit. What? Yeah, let's go. Let's go. See this snow on that booth? Yeah. What about it? Hey, wirklich. Ich hab die ganze Zeit aufgepasst. Einsatz zu sein und geguckt. Wieder hin. Was ist los? Die Story ist einfach so krass. You're right. Hold on. Careful. Careful. This will teach them. Nice. My angry dad, Alter. Geil. So, jetzt aufpassen, weil jetzt liegt da nämlich was. Aha, Plektrum. Geil. Plektrum. It must belong to that girl. Da, es ist ein Plektrum. Ich würde es jetzt cool in die Kamera zeigen, aber ich komme nicht ran und es ist sowieso mega name, weil da nichts drauf ist. Ich hab' da noch einen Tonkopf drauf ist. Da ist die Metal, Leute. Das hat mir damals wahrscheinlich auch gedacht, als ich das hier gespielt habe und jetzt ist es wahr geworden. Jetzt haben wir noch einen Haufen Scheiße, aber äh, das ist eine andere Sache. So. Pling. Manu Nakbar. Da kommen sie wieder verpissen. Haben wir uns einen Baum gekauft. Baumverpacker. Faszinierend. Dacht ich mir halt auch gerade so. Kannst du da einfach reinstecken. Spannst du das da rauf, da reinschieben, durchschieben und dann ist das einfach drauf. Das ist ja mega smart. Wow. Okay. Äh, einfach verpissen jetzt, ne? Ja, ist doch okay. Hey, seid ihr euch bereit, zu gehen? Ja. Alles klar. Cool. Hopp in. Are you having too much fun back there? Ja. That's what I thought. Zehn Stück sollen es sein, habe ich gehört. Zehn mal bücken. Für den guten Zweck. Der gute Zweck ist, Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Schuhe im Weg. Okay. Das war zwei Aufwärmungen. Hallo, Julian. Eins. Aber. Zwei. Drei. Vier. Was spannender. Ich oder das Spiel? Fünf. Sechs. Ich habe bei der Werbung eigentlich nichts geändert. So, was ist los? Tu aber auch nicht sonderlich, miese Brise. Okay, dann ändern wir jetzt mal ein bisschen was hier. So, spielen wir mal weiter, ne? Ich kann mich selbst nicht so ertragen, das geht nicht. Vor allem ist es einfach, guck mal wie blurry das alles ist. Es geht mir vor allem, es sagt hier alles rumflimmern und so, obwohl ich eigentlich gut ausgeleuchtet bin, ich verstehe es nicht. Lassetechnik. Nice. Cletus Cassidy. Sie ist cool. Mach zu schnell! Ah! Ich hab dich! Es ist gut für mich, ja. Wir hatten eine schwierige Zeit über die letzten paar Jahre. Meine Wälder Familie. Sie sterben zwei Jahre vorhin. Obwohl... Es war schwer auf Chris. Hey, meine Mutter hat auch geschaut, mach mir. Warte mal. Ach ja, ich muss doch. Sorry, Mann. Nee, er hat ein Spirit. Sie hat eine wundervolle Imagination. Sie hat doch nur abgehauen, oder? Ja! Irgendwie denke ich immer, die ist tot. Ich weiß auch nicht, warum. Mein Hirn denkt halt immer, jeder kleine Charakter muss die tode Eltern haben. Wobei es hat eigentlich keiner, wenn man so nachdenkt. Aber egal. Ich hab keine Ahnung, es ist irgendwie... Irgendwie will mein Headcanon das so... Ich weiß auch nicht, warum. Chris... Ach ja, sie haben sie ja auch kennengelernt. Aber es kommt dann in Episode 4, ne? Irgendwie... Ich sollte das nicht abgehauen. Okay? Vergiss es. Ich dachte es halt, bis ich an die Sekte gedacht. Es halt halt auch. Oh ja. Episode 4. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder mit... Was auch mit Kirche meinst. Ach, also so grob. Ich hab halt mein Siebgedächtnis. Aber Life Strange 2 ist halt auch mal schlimmer, weil es wie mir so egal war. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich fehlte mich. Ich wollte dich nicht schlecht machen. Ich warte mich rein. Hey, wie lange du mit deinen Eltern bleibenst? Ich weiß nicht. Ich mag den Teil, wo dann die Gitarre kommt, dieses... Das ist wie lange die Steven und Claire mit uns. Genauso geht das. Nicht anders. Sie seien wirklich, dass sie mich interessieren. Aber ich habe Angst, dass sie die falsche Idee bekommen. Die Renates. Guck mal, jetzt erfahren wir es endlich. Sie ist tot, also quasi. Ich hoffe, sie werden nicht stressen, weil wir nicht zurückgekommen sind. Ja, wir sollten dich zu Hause bringen. Ja. Einfach Pipo, irgendwas. Es ist ein... Oh, ein guter Twitch-Tv. Pipo-Scheu. Ja! Ja. Na, ich werde da vor dir mit meinem Vater auf dem Weg kommen. Kein Weg, dass du Kapitän Spirid. Bis zum nächsten Mal, Superwolf. Oh, stirbt es jetzt? Oh, stirbt er jetzt? Oh mein Gott, bitte. Hallo? Hast du geraucht, Leon? Äh, klar. Hallo? Ich hab auch mit Käpt'n Spirid geraucht. Claire? Steven? Sieht so aus, dass die Mutter und die Mutter noch nicht zurückgekommen haben. Na ja, zumindest werden sie uns nicht schreien, weil wir rausgehen. Das war so cool, Zeit mit Chris auf dem Markt zu spenden. Wollte du wissen, dass Chris' Mutter ein Artikel war? Ich... nicht. Wie so? Sie hat Comics schreit. Du solltest unsere Schilder sehen. Sie sind so cool. Just wie dir. Das ist die. Hey. Ich hab's auch nicht viel verpasst. Was? Was ist das? Sean? Ich möchte auf die Wohnung schauen. Aufstehen. Ich weiß, es sind Moms. Bitte. Wie soll das sein? Dann küll ich mal meinen Eist her. Dann bin ich traurig. Life Strange 3 True Colors ist besser, ist sehr viel besser. Auch nicht so gut wie eins, aber sehr viel besser, finde ich. Ah ja, Life Strange 2 ist halt leider. Ich würde nicht sagen, dass es... Auch wenn ich hier voll im Up-Rennen bin. Es ist halt nicht so ein ultrabeschissenes Spiel oder so. Ist einfach langweilig. Die Charaktere sind mir egal und das ist bei einem Life Strange-Spiel halt tödlich. Und die Episoden sind zu lang. Und die Zeit dazwischen war zu lang. Und die Story gibt zum Teil einfach keinen Sinn. Und... Ja, das ist eigentlich... 1, 2, 2, ich sag's immer wieder. Ja, ja. Es ist ja ein Before the Storm zählt auch, dann ist es irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwo dazwischen. Oder... Ich könnte einfach diese stupide Tür mit meinem Power abholen. Das klingt super einfach. Ja, ich könnte das mit einem Hör. Aber lass uns versuchen, die Schlüssel zu finden, okay? Ich bin einfach kurz auf der Klinik rein. Ich muss einen Weg finden, die Tür öffnen. Boah, war das nicht sogar irgendwie hier mit dem Gerät hier zu tun hat. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Boah, jejei. Da kam er so ein kalter Schauer. Vielleicht soll ich doch mal so langsam anfangen, meine Heizung anzumachen. Ich gönne es Putin zwar nicht, aber... Na, irgendwann ist halt doch leider so weit. Ich gehe gleich einfach an einem schneienden Strand spazieren. Alter. Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Auf jeden Fall an einem Strand... An einem Strand habe ich noch nicht geschneit. Nee, tatsächlich nicht. Ach, Hilfe. Gleich, gleich. Muss noch das... Ich habe keiner, was ich sagen will. Ach, fick die Henne. Was muss ich denn nochmal machen? Das Stockwerk wechseln darf ich ja nicht. Also gibt es ja eigentlich nicht viel. Weird Champ. We have to get into that room. Also ich darf einfach rein. Ach, Leute. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie noch... Ich dachte, da war... Ach, deck mich doch. Ach, nee, das ist Darren. Okay, nee, ich bin... Ja, ich habe wieder perfekt aufgelassen. Vielleicht... Akita Karen's room ist in der Zeit. Sie sind Fabstar. Ja, das ist ein Felsau. Fabular. Ja, aber... Mh... No way, I'm searching Claire's underwear. Baby Bild. Ja, willst du noch Baby Bild sein? Baby Bild. Ach so, sind die beiden Ficker hier, oder? Oh, nee. Love the outfits, guys. Ehe, he, he. He, 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 he. He, he, he. Ja. Come on, little key. Ehe, he, 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 he. Ehe, he, he, he. Oh, ein kleiner Schlüssel. Geil. Definitiv nicht der, der. Aber nicht der Master Schlüssel. Ich kann es trotzdem hinnehmen. Schlaf-Tabletten. Einer, ich kann mir die Kugel geben. Indirekt. Natürlich, die Bibel. Ich weiß nicht, was anders wäre, wenn Dad uns zur Kirche nahezu. Ja, ihr werdet jetzt komischer. Auf jeden Fall. Und unsympathischer. Es klingt hart, dass es noch geht, aber es wäre so. Ja, Daniel, ich weiß. Okay, Steven. Wo hast du diese Kugel? Oh, oh. Wir haben sicherlich keine Politik, aber... ...at least Steven hat nicht sprich. Ja, nicht viel zu sehen hier. Klappen, alte Sachen. Kein Dädi. Kein Dädi. Nehmen der Bibel, klar. So was reden wir nicht. Ist alles gesittet. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Genau. Schlaf. Hoffentlich, die Playbox ist 360. Ich habe meine Milchzähne, als ich ausgezogen bin. Was ist nachdem endlich mal weggeschmissen, die waren auch schon alle, die Hälfte war nicht mehr da. So gefühlt, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber, äh, ja, so halb vergammelt. Ich glaube, meine Milchzähne wachsen nach. Hm. Okay, Daniel, ach, ich schaue gerade so. Was war sie wearing? Jesus. Ich glaube, es war das... Ich glaube, es war das... Was war das, was ich gerade machen wollte? Ich wollte losrennen und habe B gedrückt gehalten. Wir kommen bei Dark Souls. Series. Nie wieder Dark Souls bis Dark Souls 2. Mal anficken, wo muss ich denn jetzt? Warte mal, das bringt ja nichts. Das habe ich ja aufgeschlossen, ne? Das bringt ja nichts. Na, dann halt Gewalt. Ist Gewalt eine Option. Komm, wo ist diese Karte wieder? Was für eine Steckjacke? Ich weiß auch nicht, was ich gerade von mir wollte. Hey, I think that's the card again, Claire was wearing yesterday. Yes. Ich glaube, ich würde sie immer dabei haben, würde. I found one key, so. I do not think so. Just try it. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall die letzte Trophäe holen. Und ich weiß nicht, wie lange die Episode dann noch geht. Wow. There's not that much left. Where did they put the rest of her stuff? Nach Spirits Tod. Oh, ich freue mich. Äh, wahrscheinlich hat er gerade weggeborgen. Clarence Steven must have thrown a lot of it away. The rest is probably packed in these boxes. Terminator Bear. Mashallah. What do you think happened to all the stuff in my room? Also zerpflückt des Themas durch. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich wünsche, ich konnte das antworten. Okay. Okay. Ha, CD-Spieler. Den müssen wir das machen. Ähm. Ähm. Look at it, wenn ihr integriert möchtet, turn it on. Beides soll ich machen. Ich miss meine Musik. Okay, Daniel. Ab und Melancholy. Das kommt in der nächsten Episode. Das habe ich mir gemerkt. Just... The waylist is boring as hell. Du bist langweilig. Ähm. Since there's a power, look to the left of it. And this is the direct to find a socket and plug it in. Was? Ach da, Steckdose. Hm. So that's how mum used to smell? The fuck is wrong with this? Oh. Hustungspot. Smart. So. Karen was already serious about running away. Cross-country lines incorporated. Die Zeit ein und aussteigen. Von Portland, Oregon nach New York City. Cool. Bling. Und nochmal Bling. Immer right, guys? Danke. So. Dann jetzt durchspiele ich die Scheiße hier. Karen's immer erkunden. Naja. Ja. You've finally left forever. Coward. Bitch. Der grüne Chor, ich höre den grünen Chor, der im Weid singt im Waltengrau, wickelt mich an, bla bla bla. Äh, ja, ich hab keine Zeit, das zu lesen. Wir haben einfach keine Zeit. Ist das ein Amphist? Sie war in der New Age Bullshit. Ich wusste, meine Geoden-Kollegen. Diese Bilder sind so. Meine Geode soll zur Gendnis genommen werden. Sie hat mir gesagt, sie hat mir gesagt, sie hat mir gesagt, er hat dir auch gesagt. Right? Oh, sie... Das ist relevant. Man, das Pen Paul sure loved listening to her own voice. Wie viele Farben möchtest du haben? Ja. Liebe Karen, kleiner als 3. Vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Briefe und vergessen. Es ist so öde hier draußen. Und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Krieg und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein einzig Kind bist. Das ist ganz so aus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass dein dämlicher Bruder Kitten, mein dämlicher Bruder, sein Unruhe verjungen ist, obwohl er der Ältere von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat, was auch immer. Was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können, wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte, schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Dein liebster Brief, Freundin Emma. Oh, hi Teddy Bear. Ich habe dir gesagt, dass du es nicht so gut war, aber sie war nicht so sicher. Oh, das ist so tiefgründig. Ich glaube, dass die No-Phone-Rule nicht so etwas war, damals. Ich hoffe, sie hat nichts gebraucht. Funny. Also, ein anderes Telefon, du Spacken. Ich habe viele von diesen in der 10. Klasse gesehen. Ja, ich hoffe, du hast deine Reise genutzt, damit du uns nicht für nichts geholfen hast. Aber wie gesagt, der Aspekt mit der Mutter ist tatsächlich der interessanteste im Spiel. Ich kenne keinen von diesen Spielen. Und mein Mutter lief das so viel. Das wird ganz nett. Hm. Daniel hat alles kaputt gemacht. Ich vermisse mein Skateboard. Ich denke mal, die sind fertig. Drückt das nächste an und dann ist doch alles Käse. Ja, die ist schon tot. Leila ist nicht mehr. Leila ist nicht mehr. Sie wollen vergessen, was alles zu Karen erinnert. Hm. Ich kann es nicht. Finde ich weird, aber gut. Sollen sie mal machen. Diese Letters sind ziemlich recent. Hm. Wo? Warum würde Claire locken diese zu hier? Hm. 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 Was das für die Mutter? Huh? Wie? Ich kann es sehen. Komm schon. Was ist es? Lass es! Gerne, stop! Hier, wie ist das? Ich habe die Nachrichten von Seattle gehört. Bitte helfen meine Kinder, wenn sie dir kommen. Was? Warum haben sie das von uns隱st? Ich weiß nicht. Du kannst mich an diese Adresse. Es ist ein P.O. Box. Ich benutze sie manchmal. Was ist ein P.O. Box? Na ja... Ein P.O. Box. In diesem Fall. Ich... Bege ich dir. Bitte... Help meine Sons. Oh, ja, richtig. Total Bullshit. Was bedeutet das? Sie interessiert über uns. Na ja, ich nicht. Vielleicht hat sie... verändert ihre Meinung. Wir können sie versuchen zu kontaktieren. Ja, ich musste sich auch gerade an Heavy Rain Trees fachdenken. Ich hab' die falsche Ideen. Wir müssen einfach... ... zu unserem Plan. Für jetzt. Kann ich es wieder lesen? Ja. Dann müssen wir gehen. Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Ja. 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 Ja, ich weiß es nicht hast. Nein, warte, Ja. 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 ane〜 ... We mag! Ja, daddy... Sie ist nicht willkommen zurück. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed, she just feels guilty. I can't hear that. I can't hear that. Listen Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And, and we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings. That shows you don't respect us. We could go to jail, just for help you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see what I'm left now. I can't remember if we just do this anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Ah, ah, ah. Oh no, I'm in terrible pain. Get this goddamn thing off me. I am knirschelsgelähmt. From the horn. Hold on honey, we'll get it off. Willst du Knie beugen? Nee, dann endlich so wie er oder war nicht. Stop. My legs. My legs. Ah. Oh, jetzt geht's ab. Ähm. Da ist die Chance höher, dass er jetzt stirbt, finde ich. Von daher. We got this. Claire. You'll have to pull him out. Kraftleicht. Chaos. Hold on, Steven. This might hurt. This is worse. Can you do it? One. Two. Three. Hold on. My leg. Almost there. Come on. My baby. Hilfe. Thank you. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. Das Gefühl, meine Mütze rutscht immer weiter nach unten, denn man sehe nichts mehr. Oh, Steven. Please don't say that. Hallo. It's the Sheriff. Steven? Claire? Sean. I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Someone called us. We know I've been here. Apparently... Come move on down here. Ransom's Facebook page. Sean. What are we gonna do? Go hide in the garage. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Where are your cars in the driveway? I'm so sorry. But everything. I wish you could stay here with us. Stimmt. I wish you could stay here with us. Hey, Stramon. Becca. I wish you could stay here with us. We're still on the flip side, and we're on the flip side, and I'll see you. We're still on the flip side. Oh, we're still on the flip side. We're still on the flip side. You're on the flip side. I think I'll do it properly. So, no. Das sind diese, diese, ähm, ähm, Scott Pilgrim-Szene, so. Oh, er ist gerade raus und sie ist mir nur irgendwie durchs Fenster springt. Moderator, vier Monats, Abonnent, drei Monate, Abzeichen, Bits, Lila, Templation, Leon auf der Flucht, dem Templer erstmal eine 17-minütige Sprachnachricht schenken. Warte, äh, Kamershow? Zum Beispiel. Wiu, wiu. Juhu! Oh, jetzt wird er voller Breitseite überfahren. Oh, dauernd nicht. Oh, bis ich stirbe jetzt einfach. Oh, vielleicht wäre ich nicht der Polizisten jetzt so richtig übel so, boh, 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 boh. Würde mich freuen. Sean hatte gutes Karma. Damn! Also man muss ihn das wissen lassen und Sean muss scheiße sein. Charmer vorne. Er kann auch angefahren werden. Oh, ich hab's richtig gefeiert, wenn du so richtig so, wie so eine Puppe einfach so, boh, tsch, voll rüber. Ja, on the road again. Mann, Chris muss mich so schmerzen. Ich muss sagen, er war schmerzt, als er sah, dass ich die Power hatte. Du bist überrascht. Du schmerzt, ich hab's nicht mehr. Du schmerzt, ich hab's nicht mehr. Er ist ein schmerzer Kind. Er wird ja noch nie, äh, Kniebrücken machen. Er wird ja noch nie, äh, Kniebrücken machen. das war die deutsche übersetzung das verstehe ich jetzt erst so bekäfte sind nicht immer ein segen ist die tiefgründig ich bin ja wieder das hund mit dem need to be careful Und hör auf deinem Bruder. Du denkst, wir sehen uns auch Grandma und Grandpa sehen? Ich weiß nicht. Wir sehen uns. Wo haben wir es jetzt gemacht? Sie... Sie sehen, Mom? Kein Weg, Mann. Wir brauchen sie nicht, okay? Aber... Sie sagten, sie wollte uns finden. Wir sind mit der Planung. Wir gehen zu Puerto Lobos. Das ist wo wir uns. Noen wird uns sagen, was zu tun. Wir können jemanden sein, was wir wollen. Du denkst? Ich weiß nicht. Verkauf mir, Mann. Von jetzt an, wir machen unsere eigenen Regeln. Schau, ich habe dir sogar ein Pferd. Merry Christmas, Enano. For real? But... It's in two weeks. Who cares? Dates are boring. Here. Eine Kerze. It's weird. But... I like it. Ich nicht. Early Christmas ist das Beste. Hey. Das bin ich. Ich habe etwas für dich, too. Ich wollte den Meme- Ich wollte den Meme- äh, Meme in dem Meme- echt gut. Er wirkt auch so ein bisschen reingeschoppt, aber ist er nicht. Da riecht so bling- in die Ecke. Man. Blackie-Mode. Hey. Cat-Jam mit Blackie. Ich will die Hand noch hinlucken. All aboard. All aboard the... Fun-Train. Choo-Choo. So, überlegen wir meinen zweiten Anime-Slot. Anime-Slot, ja. Ist der Anime-Slot. Ich habe auch noch so zwei... Ne, ein Slot frei? Zwei? Weiß ich gar nicht. Also Stufe 1. Warte mal, ist es das Lied, was... Ne. Das Lied lief vorhin doch schon mal irgendwo, oder? Und es war nicht die, dass das die gesungen hat, oder doch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Let's go to the mall. Today. Da ich auch nichts animieren kann, äh... Weiß ich auch nicht, was das andere wird. Juhu! Wird fortgesetzt, leider. Und Tammy White sind nur drei Episoden, obwohl das Spiel gut ist. So ein Schmutz. So, wo wir heute mal den Abspann laufen lassen, würde ich sagen. Den wir es ja letztes Mal schon, äh, fein lassen haben. Oh, scheiße, ich habe eine Tasse gehört. Scheiße. Okay, ich kann wirklich nur mit Kreis verlassen. Ach, guck mal hier. Das habe ich mir gewünscht. Ja. Fazit. Ne, kein Fazit. Vielleicht mache ich am Ende der fünften Episode noch mal eins, aber eigentlich kann man uns das vom Let's Play kopieren. Ich habe Spaß. Ich merke gerade übrigens, dass ich wieder pinkeln muss. Das heißt, wenn ich in 10 Minuten nicht auf dem Klo sitze, passiert Unglück wahrscheinlich. Aber in den Stream halte ich noch raus. Ich muss noch Kniebeugen machen, ne? Oh, scheiße. Ja, komm, abspannen ist doch perfekt dafür. Oh, Gott. Ich habe Kopfhörer noch. Kniebeugen. Beuge dein Knie. Ja. Oh, ich muss echt pissen auf einmal, Mann. Das ist doch sehr geil. Jemals einbeidiger. Oh, Alter, das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Gleichgewicht wird nicht so furchtbar. 10, aah, aah, okay, so, Humor nicht gut, Alter. Das Geraden, ja, geht das theoretisch. So, Abkühlung danach, damit ich noch mehr pinkeln muss. Ich hätte so eine ganz wilde Idee, wie wir raiden können. Ist der Stream noch an? Damn, ist er nicht mehr, ach, schade. Oh, bling. Äh, day, 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 streamt doch. Diese Stunde ab 18, ah ja. Ach so, der liest vorher eben gelesen, der hat aufgehört, Entschuldigung, hab mich verlesen. Ne, heute war das Pete Smith Kart Event, wo du irgendwie Kart fahren und keine Ahnung. Einfach so aus Spaß, weil ich da eigentlich mal vorbeischauen wollte, hätte ich das gemacht, auch wenn sie nichts gebracht hätte. Also. Okay, äh, du hast schon lieber auf, Daniel geworfen, das hat jeder gemacht. Du hast Daniel den Puma töten lassen. Easy. Gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet, das hätte ich mal nicht machen sollen. Du hast dich geweigert, gemeinsam mit Claire und Daniel zu beten. Claire hat alleine gebetet. Niemand hat gebetet. Oh Gott. Ich hab's ihm gestanden, dass Daniel Kräfte hat. Hm. Echt? Habe ich das? Du hast mir zusätzliche Hausarbeit geholfen. Ich habe eine Kornfleckschachtel weggelegt. Was Daniel gesagt, dass es ja richtig war, Chris zu retten. Was Daniel an die Regeln erinnert. Du hast dich mit Stevens Laptop in dein Profil eingeloggt. Äh, du hast dich nicht eingeloggt. Oh, du hast leider angerufen, nicht angerufen, nicht erreicht und ihre Mutter angelogen. Nicht erreicht und warst ehrlich zu ihrer Mutter. Pfff. Ja, okay. Ich glaub, die wird bald nicht mehr lebendig sein. Chris hat Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Er hat Chris hat Vertrauen gewonnen, aber nicht nach seinem Vater gefragt. Mhm. Es ist eigentlich nur wichtig, ob er lebt. Du hast Daniel aufgetragen, das Geheimnis zu schützen. Du hast dir ja McCreys Lied bis zum Schluss angehört. Du hast Zombies gezeichnet. Wieso nehme ich den Raumschiff, alter Cringe. Meier hat's geschenkt für Daniel gekauft. Gestohlen? Mehrere Weinesgeschenke. Ähm. Das sich in den Schallsvoli, also nicht eingemischt, okay. Du hast Daniel in die System seiner Kraft zu helfen, du hast ihm rausgezogen und dabei sein Bein verletzt. Okay. Naja. Mehr oder weniger. Ihr wurde verfolgt und Chris wurde eingefahren. Ihr wurde verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ihr wurde nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Also der stirbt gar nicht, sondern wird nur angefahren. Hm. Denn er hat... Ach, Alter, ich muss missen. Denn er hat weiterhin geflucht. Denn er hat aufgehört zu fluchen. Bitte. Fluchen ist gut. Denn er hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen. Hat euch schon gewonnen, hat das Würfelspiel verloren. Dann hat den Boomer nicht getötet. Hat den Boomer getötet. Das haben wir schon mal. Trümmel. Trümmel. Trümmel angemessen beerdigt. Zu gutem zu beten. Denn er ist immer nicht aufgeräumt. Was? Okay. Ähm. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sorgen. Dann wurde Daniel mutig, seine Kraft einzusetzen. Daniel Chris von dem Auto gerettet. Nicht gerettet. Musst du Chris nicht halten. Denn er hat jemanden die Frage gegeben, dann ging Chris. Denn er... Bla, bla, bla. Was ist heute, wenn ich hier statt Freunde Statistiken... Ah, ja. Guck mal. Okay. Ah, da ist auch 50. Also es werden wahrscheinlich sogar Julian und Tobi sein. Einfach die beiden, ne? In meiner Freundesliste. Nee. Habe ich irgendwo was ausgewählt, was niemand ausgewählt hat? Ja. Ach, die anderen beiden haben es geschafft, dass da angefahren würde oder was? Moment. Als ob! Ehm. Na ja, gut. Vorschau! Ah, ihre Mutter wäre dieses Mal herangegangen. Hm. Wirklich? Also... Das ist es? Ja. Es sieht ein Nettelfield aus. Und es stinkt. Ja, und deine stinkenden Füße werden den Schmuck verletzt. Schau, sie sind nicht. Komm schon. Ich zeige euch. Ich muss mich auf einmal pinkeln, wenn ich Wasser zu mir nehme. Boah, ich bin heute ein bisschen überaktiv, habe ich das Gefühl. Hätte ich schlafen können. Lass mal ein Kabel trinken gleich. So, haben wir noch mal Trophäen checken. Ich meine, es ist eh eh die gleichen. Alles in Episode 2 erreicht, cool. Bei Episode 3 ist alles schon nötig. So, ich werde jetzt selber nicht rein, weil ich muss pissen. Ups. Chat-Markierung. Ach komm, ich rate den nicht. Das hat keinen Sinn. Warte, ich rate den doch. Ach komm, ich rate den. Ein Hin und Her. Okay. Alter, geil. Was ist... Hä? Ich meine, hast du das jetzt schon gemacht? Ja, ne? Weil ich krieg die Meldung da oben ja schon. Weird Champ. Na ja, gut. Aber ich... aber es steht jetzt gar nicht bei dir da im Verlaut. Na ja. Geil, ich krieg 250 Lums dafür. Mega. Direkt ausgeben für Videospiele. Gut, da waren wir bei Ihnen jetzt. War mir eine Ehre, trotz allem. Ja, ist zeittechnisch okay. Ähm. Ne. Es war trotzdem für mich Spaß gemacht, weil ich echt wie Scheiße gelabert habe heute. Aber heute, ich weiß auch nicht warum. Nächste Woche geht es weiter. An welchem Tag weiß ich noch nicht doch. Sonntag auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, ob früh oder spät. Ähm. Ja. Soviel dazu. Ähm. Ähm. Tschüss. Uiuiui. Wobei, warte mal, wenn ich jetzt fahre. Ach, keine Ahnung. Beet schon. Wobei, ich warte bis die Leiste da weg ist. Sonst funktioniert das vielleicht nicht. So. Ah. Okay, ging automatisch. Tschüss. Komm! Komm! Komm!